Herzlich willkommen zur heutigen wissenschaftlichen Tagesschau. Heute unsere Talkshow, die hat einen neuen Namen, die heißt jetzt nur noch Talkshow Freie Argumente Plattform, ist gleich Übungen, Übung für Vorwahlen-Mini-Volksentscheide. Natürlich haben wir noch nicht genügend Fernsehzuschauer, dass wir wirklich einen Vorwahlen-Mini-Volksentscheid simulieren könnten, aber wir bewegen uns darauf hin und arbeiten heute mit dem Konzept des Advocatus Diaboli, um die Vielfalt der Ideen zu benennen. Die letzte Talkshow, da ging es um die Basis-Demokratie sehr stark mit dem ersten und zweiten Vorsitzenden von Die Basis Österreich und heute werden wir einfach divers plaudern über ganz verschiedene Detailthemen und Frau Mesli wird sicherlich gleich eine erste Frage dann stellen, nochmal auch zu diesen ganzen Machtbegrenzungsdingen. Ja, letztendlich unser Motto, Parteimitgliederinnen und Wählerinnen befragen Experten zu sehr viel besserem Volksentscheid-Wahlprogramm und mit letztendlich dem Wählerstimmenpotenzial von 56 Prozent, weil nämlich sozusagen, wenn man basisdemokratisch die Partei öffnet, dann kommen ja auch die Reformen der Next Scientists for Future zur Sprache und für die Wählerinnen zur Auswahl und die wurden ja in einer simulierten Bundestagswahl von 56 Prozent der Wählerinnen gewählt. Und jetzt kann ich unsere Begrüßung schon wieder wegmachen, unsere Präsentation, die Begrüßungspräsentation. Jetzt müssten wir uns alle wieder komplett sehen. Und ja, ich begrüße Frau Mesli von viele Monate Mitglied von WIR 2020 in Deutschland und jetzt so, ich weiß nicht, haben Sie schon Ihre endgültige Aufnahme bei Die Basis Deutschland? Noch nicht, aber im Aufnahmeverfahren. Und Herrn Eckenberger von der ersten FRAG-Partei. Wir sagen ja, jede Partei, die eine gute Partei sein will, muss in die Gruppe der FRAG-Parteien, also der Urbasisdemokratischen mit freier Argumentenkultur. Ohne das gibt es keine gute Partei sozusagen, sagen wir hier einfach. Und Herr Wagner, auch zum Orga-Team der ersten FRAG-Partei gehörig, ist auch dabei. Und Frau Mesli, beginnen Sie so mit Ihrem ersten Fragenbereich. Ja, hallo und guten Abend. Also, eine der vier Säulen der Basis-Partei ist ja die Machtbegrenzung. Und ich habe darüber auch nachgedacht und dann kam ich sofort auf das Berufspolitikertum. Und die Frage, die ich jetzt an den Weltrat bzw. die Next Scientists for Future habe, ist, sollte man das Berufspolitikertum abschaffen oder eingrenzen? Wir haben ja in Deutschland ein unglaublich großes Parlament mit über 700 Parlamentariern. Und da bin ich der Meinung, das gehört dringend verkleinert. Und dann taucht ja jetzt in letzter Zeit immer öfters der Begriff Bürgerparlament bzw. Bürgerräte auf. Jemand hat ja sogar vorgeschlagen, man sollte den Parlamentariern genau die gleiche Anzahl an Bürgerparlamentariern gegenüberstellen. Wie stehen Sie da dazu? Vielen Dank. Ja, dann werde ich erst mal so hier die Ruhe starten. Also, erstens. Die Frage ist ja generell, ist es denn überhaupt gut, dass wir im, wir leben ja im Zeitalter des Tauschhandels, des Marktes und der Arbeitsteilung. Die Frage ist, ist es denn überhaupt gut, auch im Bereich Politik, Arbeitsteilung überhaupt zu haben? Oder sollte man das besser nicht haben, sozusagen? Und da ist sozusagen der Punkt, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass unsere Professoren jetzt zum Beispiel Deutschland mitregieren würden als Partner, der ersten FRAG-Partei oder der Partei des Fortschritts oder von Bündnis 21 die Pinken oder von die Basis Österreich oder wie auch immer, ja? Dann ist die Frage, sollen wir, wollen wir die kompetentesten nutzen? Wir haben ja in der letzten Sendung auch darüber gesprochen, dass es gute Gründe gibt, warum so viele Leute darüber nachdenken, dass sie sozusagen die Berufspolitiker abschaffen wollen. Und zum Beispiel, Sie haben es letztes Mal gesagt, Frau Mesli, vier Jahre sind oft auch schon zu viel. Die Politiker werden auch da schon korrupt oder machen eigentlich nicht mehr, arbeiten nicht mehr im Dienste der Bevölkerung. Und da ist einfach das entscheidende Argument. Und es gibt andere, bessere Mittel, wie wir verhindern können, dass die Berufspolitiker oder die Parlamentarier gegen uns Wähler arbeiten. Und das haben wir ja das letzte Mal genannt. Unsere Machtbegrenzungskette heißt ja... Hallo, da ist irgendwas noch an. Ein Mikro ist an, Herr Eikenberger. Da ist noch ein Mikrofon an. Ja, da war nämlich ein Geräusch dann eben. Das heißt also, wir können die... Wir müssen nicht unbedingt die Arbeitsteilung abschaffen im Felde der Politik, sondern können den Vorteil der Spezialisierung nutzen, wenn wir über die Wohlfühlstimme, die Vorwahlen, Mini-Volksentscheide, über die großen Volksentscheide, über die Volksentscheid-Wahlprogramme und dann über die Medienreform und die Talkshows, Vorwahlen, Mini-Volksentscheide und über die simulierten Volksentscheide immer wieder die Politiker unter den Zugzwang setzen, entweder du dienst uns Wählerinnen oder du bist raus. Und das ist eigentlich, das ist die Frage. Ist es der richtige Weg, einfach zeitlich zu begrenzen? Jetzt stellen Sie sich vor, Frau Mesli, Sie machen sogar nur zwei Jahre Amtszeiten für Politiker und schaffen so ganz das Berufspolitikertum ab. Was ist aber, wenn die Industrie sich darauf konzentriert, genau in diesen zwei Jahren eine maximale Bestechung gegenüber diesen Politikern auszuüben? Dann haben Sie am Ende dasselbe Problem wie vorher auch bei jemandem, der 20 Jahre im Parlament sitzt. Das heißt, wir müssen doch die wirkliche Ursache des Ganzen sehen. Und die wirkliche Ursache ist sozusagen darin zu sehen, dass der jetzige Politiker keine negativen Konsequenzen zu fürchten hat, wenn er gegen die Bürger regiert. Und genau unser Argument ist, wir tun einfach alles, dass die Politiker Konsequenzen direkt und sehr schnell spüren, nämlich indem sie abgewählt werden und nie wieder eine neue Chance bekommen, wenn sie einmal zum Beispiel die Wohlfühlstimmen der Wähler verschlechtert haben, in den Vorwahlen Minivolksentscheiden gegen neue, andere, bessere Experten verloren haben. Nur dieses Grundprinzip, generell zu sagen, wir nutzen den Faktor der Arbeitsteilung und der Spezialisierung grundsätzlich nicht mehr. Die Frage ist, ob wir da nicht auch Effizienz verschenken. Ich mache erst mal so eine Pause und sage jetzt bitte darum, bevor ich in der nächsten Runde dann auf Bürgerräte und Bürgerparlamente noch mal reingehe und auf die Parlamentsverkleinerung erst einmal gibt es zu meinem Argument, nämlich ich habe mich ja jetzt erst mal nur geäußert argumentativ zum Thema Berufspolitiker, warum man das vielleicht doch nicht abschaffen sollte um jeden Preis, sondern eher die Rahmenbedingungen dafür ändern sollte. Wer kann sich jetzt als Advocatus Diabolie ein Gegenargument dafür ausdenken? Ein Gegenargument gegen meine Argumente, damit wir immer dieses Motto des argumentativen Widerspruchs erfüllt haben. Herr Wagner, Herr Eckenberger oder auch Frau Mesli selber, vielleicht fällt Ihnen jetzt auch schon ein Gegenargument ein, das Sie vielleicht bei der Basis dazu gehört haben oder gelesen haben oder so. Und ja, wer hätte ein Gegenargument gegen meine Argumentation? Und wenn es nur ein Erfundenes ist, Advocatus Diabolie heißt auch, man kann das auch schauspielern oder sich an ein Argument erinnern, das man von anderen gehört hat. Aber wir wollen niemanden zwingen, wenn niemand... Also wie die Berufspolitiker heutzutage, wenn die sich jetzt vorstellen müssten, sie würden sehr schnell ihren Posten wieder verlieren. Ich glaube, da wären sie sehr dagegen. Denn wenn sie mal von der kleinsten Parteiorganisation endlich ins Parlament, nach Berlin gekommen sind, dann wollen die doch ihren Job so schnell nicht wieder verlieren. Die tun doch alles, um ihre Sitze zu behalten. Und zwar möglichst lebenslang, weil dann kriegen sie hinterher eine fette Pension. Und da, sag ich, da werden sie nicht damit durchkommen. Ja, jetzt haben Sie sozusagen ja selbst dem Konzept der Abschaffung des Berufspolitikers ein Gegenargument entgegengesetzt. Und dem kann ich nur zustimmen. Das wird sogar viel schlimmer sein. Jede Partei, die als erstes in den Vordergrund rückt, dass wir die Berufspolitiker abschaffen und sozusagen nur noch eine Amtszeit zulassen, das wirft ja ganze Lebensplanungen von Hunderten von Abgeordneten, Tausenden von Abgeordneten in ganz Deutschland. Wenn Sie nochmal die Landtagsabgeordneten von den Stadträten wollen wir gar nicht reden. Aber das wirft gesamte Lebensplanung durcheinander. Und Sie können sich gar nicht ausdenken, mit welchem Hass man gegen diese neue Partei plattmachen wird, die das zu bringen. Die wird man diffamieren und mit Schmutz bewerfen und Kampagnen gegen die Staaten. Und vom Verfassungsschutz wird man sie beobachten lassen. Und man wird alle Register ziehen, nur um dieses nicht zu bekommen. Und deswegen denke ich, dass unser Vorschlag von den nextscientistsforfuture.de der kompromissmäßigere ist. Wir können zum Beispiel ja mit den Politikern auch aushandeln. Man könnte dann sogar aushandeln, dass es für die nächste Generation der Politiker dann neue Regeln gibt. Darüber kann man ja dann reden, weil es gibt noch keine Lebensplanungen in die Zukunft hinein. Also von daher, also Frau Mesli, dann frage ich noch ein letztes Mal, ob jemand noch gegenüber meinem und jetzt auch Frau Meslis Argument noch mal ein Advocatus Diaboli Argument hat. Wenn nicht, gehe ich jetzt... Ja? Ja, bitte jetzt einfach starten mal. Und zwar wirklich schönes Gegenargument zu dem, was ich gesagt habe und Frau Mesli jetzt auch als Gegenargument gegen ihre eigene Anfangsthese gesagt hatte. Ja, gut, dann kommt mein Gegenargument. Ich betrachte es auf der Ebene, die wir jetzt haben, als einen Zwischenschritt, als einen reformistischen Zwischenschritt, durchaus für gut, wenn die Politiker nicht bezahlt werden, nämlich durch korrupte Mittel, die ihnen zufließen, dafür, dass sie Mist bauen. Also irgendwelchen verantwortungslosen Interessen dienen, die sie korrumpieren. Gemessen daran ist so eine Umstellung, und deshalb bin ich ja für diese Wege als Reformwege, als eine Schiene, ich beschreibe die richtigere Schiene dann gleich danach, bin ich durchaus dafür, dass man so agieren könnte. Die Politiker kriegen also etwas für verantwortliches Handeln statt für nicht verantwortliches Handeln. an äußeren Belohnungen, an finanziellen Vergütungen und so weiter. Aber das alles spricht auf der Basis von Menschen, die eigentlich gar kein echtes Verantwortungsbewusstsein haben. Denn wenn ich ein echtes Verantwortungsbewusstsein habe, dann mache ich das nicht abhängig davon, welche Belohnungen kriege ich da jetzt im Moment dafür, was ich mache. Sondern das, was ich verantwortlich finde, auch auf lange Sicht, auch für die Kinder der Zukunft, die mich sowieso im Moment nicht belohnen können, das mache ich aus dieser tiefen inneren Werte-Einsicht und dieser inneren Verbundenheit, dieser Identifikation mit dem ganzen Leben oder dem Sinn des Ganzen überhaupt. Und natürlich auch für die Kinder der Zukunft. Und auch wenn mir einer die dickere Belohnung bieten würde, jetzt hier da unverantwortlich zu handeln, dann sage ich, nein, sorry, weil ich gehe gar nicht danach, was mir äußerlich jetzt die bessere Belohnung gibt, sondern ich gehe aus dieser inneren Werte-Verwurzelung und die ist meine entscheidende Steuerung. Und mich da glücklich zu fühlen in meinem Gewissen und in meinem Sinnhorizont, das ist das, was mich maßgeblich leitet, ganz unabhängig von irgendwelchen äußeren Belohnungen, die ich da kriege. Das heißt, das, was Dillen vorschlägt, ist besser, als das wir jetzt haben, also Belohnung durch Geld für gutes Handeln statt korruptes Geld für schlechtes Handeln. Aber noch besser wäre, und das schlage ich ja als Zusatzschiene nebenbei vor, nämlich mit diesen ganzheitlichen Kommuneversuchen, dass Menschen wieder in diese ganzheitliche Verantwortungskultur reinwachsen. Der Dillen kennt das, er nennt es ozeanisches Einheitsbewusstsein, ich nenne es Post-Conventional-Level oder Spirit-Identification-Level, wo man aus dieser ganzheitlichen Wertebewusstheit heraus dann wieder handeln lernt. Und das wird in diesen Kommunen dann die Form annehmen, dass es durchaus so etwas gibt, wie ich sag mal Ganztagspolitiker. Denn die Kommunen oder früheren urzeitlichen Gemeinschaften hatten dann schon ihre Schamanen oder Räte der Ältesten auch. Und das waren halt Menschen, die besondere Fähigkeiten hatten für Vermittlung, Versöhnung, Konflikt- und Problemlösungsverhalten. Und die hat man dafür auch freigestellt, ein ganzes Stück weit. Also sie konnten das als Hauptaufgabe haben, wurden von den anderen mitversorgt. Aber es richtete sich eben danach, was die Gemeinschaft als besondere Kompetenz, als Befähigung dafür erlebt hat. Also inwiefern haben die dieses innere Verantwortungsbewusstsein, diese Reife? Und dann können sie durchaus auch im Sinn einer gewissen Arbeitsteilung schwerpunktmäßig sich um solche Aufgaben kümmern. Dann wären das reife oder substanzgeprüfte Räte, die dann auch mit Rätegremien, also Sprecherräten dieser Basisgemeinschaften in überregionale Entscheidungsstrukturen weitergedacht werden können. Okay. Ja, ich habe das jetzt so verstanden, dass es doch in der Summe schon auch bedeuten könnte, dass man darüber diskutieren sollte, den Beitrag, also dass vielleicht für die nächsten Politikergenerationen, wo man dann also jetzt, denn unser Argument war, wenn man jetzt das sofort einführen würde, von jetzt auf gleich, dass wir ja quasi Karriereerwartungen von Menschen zerstören würden und die dann entsprechend zurückschlagen würden. Aber dass man darüber nachdenken könnte, ob es dann für zukünftige, für alle Leute, die neu ins Parlament kommen, ob es für die neue Konditionen geben sollte. Wobei man natürlich klar sein muss, dass da steckt schon das Argument drin, Frau Mesli, schon auch noch mit drin, auch in den Parteien haben manche Leute schon 20 Jahre darin investiert, dass sie jetzt demnächst endlich in ein Länderparlament oder in den Bundestag einziehen können als Parlamentarier und die werden dann auch wieder stinksauer sein. Die Frage ist, kann man wirklich so einfach aus solchen Karriereerwartungen und Karrierehoffnungen und Investitionen in Karrieren wirklich so einfach ausbrechen? Oder ist es eben nicht einfach doch ein Weg, den alle gehen können, nämlich der Weg sozusagen, wir kriegen neuen Rahmenbedingungen mit Wohlfühlstimme, mit Vorwahlen, mit den Volksentscheiden, werden wir Politiker diszipliniert, in den Dienst der Bürger gesetzt und ansonsten müssen wir die Politiker nicht bedrohen. Ja? Also ich finde es schon gut, wenn es neue Rahmenbedingungen gibt. Beispielsweise haben wir jetzt zweimal einen Kanzler, eine Kanzlerin 16 Jahre lang gehabt, das kann es ja auch nicht sein. aber das grundsätzliche Berufspolitiker-Tum darf nicht abgeschafft werden aufgrund ihrer Argumente. Aber wenn man neue Rahmenbedingungen festlegt, dann kann sich ja da allmählich etwas verändern. Und das, was der Herr Wagner gesagt hat zu den regionalen Organisationen, das ist ja alles ganz schön und gut, aber wie wollen Sie das im Kontext zum Beispiel einer Europäischen Union noch reinbringen? Das funktioniert ja überhaupt gar nicht, Herr Wagner, das glaube ich nicht. Der Herr Wagner, der hat sich gerade noch gemeldet, der kommt gleich noch mal kurz dran. Ich sage nur mal ganz kurz noch was, damit ich hier fertig bin mit meiner Argumentationsschiene erst mal fertig bin. Erstmal haben wir ja gesehen, dass die Politiker bisher geglänzt haben, eigentlich nur durch Verantwortungslosigkeit gegenüber den Wählern. Das heißt, die Frage ist halt, wie weit es uns gelingen wird, das wäre die Frage an Herrn Wagner, und wie weit es uns gelingen wird bei nennenswerten Teilen dieser Politiker ohne durch äußere Anreize und positive Anreize und auch konkrete Belohnungs- oder auch Nichtbelohnungssysteme da endlich verantwortungsvolles Verhandeln auch ein bisschen zu erzwingen. Das hat was von einem Erzwingen auch. Oder ob wir wirklich es schaffen, auch mit diesem Appell an das Verantwortungsbewusstsein wirklich eine grundlegende Änderung zu erzeugen. Das ist die eine Frage, die da offen ist. Und noch einmal zu Bürgerräte und Bürgerparlamenten. Das ist eben das Problem, dass ich glaube, dass dieses Konzept von der falschen Vorstellung ausgehen, die ich das letzte Mal in der letzten Talkshow schon gesagt habe, dass als ob die Masse der Bürger und der Masse der Wähler, und wir haben ja nur 45 Millionen Wähler in Deutschland ungefähr. Alle anderen wählen ja nicht, sind Nichtwähler. Und zwar meistens hartnäckige Nichtwähler. Und grundsätzliche Nichtwähler. Einfach entweder völlig desinteressiert oder grundsätzlich nicht an Wahlen glaubend und so weiter. Und diese Leute wird man auch durch nichts beeinflussen können. Und deswegen ist ja das Argument folgendes, dass man eben einfach bei Bürgerräten und Bürgerparlamenten einfach keine repräsentative Wählerstichprobe hinkriegen will. Und Frau Mesli, das nochmal so als Hinweis, auch die falschen Vorstellungen zur Basisdemokratie. Stellen Sie sich vor, eine Gruppe von Rechtsradikalen, von knallharten Rechtsextremisten, bildet eine Partei und nennt sich die Basis und sagt dann, wir konsensieren jetzt basisdemokratisch über unser Programm. Was anderes wird aus diesem basisdemokratischen Verhalten resultieren, außer dass es sich um ein stramm rechtsradikales Parteiprogramm handelt. Also Basisdemokratie muss sich immer darauf beziehen, dass die Wähler konsensieren dürfen. Und zwar über alle potenziellen Reformen mit allen potenziellen Co- und Kontra-Argumenten. Und von daher habe ich so meine Zweifel, dass wir das mit den Bürgerparlamenten, da wird es dann wahrscheinlich Klagen beim Bundesverfassungsgericht geben. Hier, ich möchte aber nicht, dass mein Wahlrecht ich nur noch ausüben kann, wenn ich dann im Rahmen eines Bürgerparlamentes große Teile meiner Lebenszeit für Politik aufwenden muss. Ich möchte, dass es weiterhin arbeitsteilig geschieht, dass die Politiker zwar in den Dienst der Wählerinnen diszipliniert werden und hineingerufen werden, aber ansonsten die ihren Job machen und ich als Bäcker meinen Job mache. Fertig, so möchte ich das, weiter. Und ich fürchte dagegen, da hat diese Sache mit den Bürgerräten und Bürgerparlamenten einfach bei der Masse der Wähler gar keine Chance. Und Parlamenteverkleinerung als letztes noch. Das auch wieder, aber auch da müssen wir wieder vorsichtig sein. Das kann wieder nur gelten für die zukünftigen Generationen. Unser Vorschlag von den Next Scientists for Future war, dass man als Koalitionspartner mit den Altparteien aushandeln kann, dass eben alle frei werdenden Plätze nicht mehr neu besetzt werden. Aber was sagen Sie dann den Leuten, die in der CDU schon seit 20 Jahren darauf warten, dass sie endlich einen Platz im Parlament kriegen und jetzt müssen sie denen quasi klar machen, ihr habt 20 Jahre eurer Lebenszeit umsonst investiert. Da gibt es so auch den Begriff der Besitzstandswahrung in Deutschland. Die könnten sogar klagen und könnten sagen, ich habe meine Karriere jetzt 20 Jahre in meine Karriere investiert. Ich hätte jetzt einen Platz gekriegt im nächsten Bundestag und jetzt wird das verkleinert und dadurch ist meine gesamte Lebensplanung und meine gesamte Karriereplanung ist jetzt beschädigt und ich klage jetzt vor dem Bundesverfassungsgericht, dass das ja nicht angehen kann, dass man einerseits erst mal Karriereaussichten gewährt als Staat und sie dann von einem Tag auf den anderen, also wenn, dann müsste man auch die, die schon 20 Jahre in der Partei dafür arbeiten, die müsste man auch erst noch mal durchlaufen lassen und nur für die danach kommende Generation müsste man dann die Parlamenteverkleinerung durchführen. Aber ich bin immer noch an dem Punkt, bevor der Herr Wagner jetzt gleich wieder dran ist, an dem Punkt, warum versuchen wir immer durch äußere Systemveränderung das Entscheidende zu verändern? Warum versuchen wir nicht, entweder, wie der Herr Wagner vorschlägt, dass die Politiker plötzlich eine, ich würde sie mal nennen, fast schon wundersam anmutende, Verantwortungsfähigkeit entwickeln und Vollverantwortlichkeit in ihrem Denken entwickeln oder und oder durch unsere positiven Anreize regelrecht dazu gezwungen werden, verantwortlich zu handeln, weil sie sonst einfach weg sind vom Fenster. Und wobei ich dann sagen würde, ich verlasse mich lieber auf unsere strengen positiven Anreize, denn das zwingt sie dazu, das lässt ihnen gar keine Wahl mehr. Während, Herr Wagner, ihr Konzept hat halt den Schwachpunkt, dass die Leute dann die freie Wahl immer noch haben und immer noch gefährdet sind. Was machen sie dann mit einem Politiker, der dann doch wieder nicht verantwortungsbewusst handelt? Trotz aller Appelle oder trotz aller Persönlichkeitsentwicklungsversuche und reife Conventional-Level-Erreichungsversuche? Ja, Herr Wagner, bitte noch mal alle Gegenargumente da auf den Tisch bringen, aber noch mal klar sagen, für was Sie plädieren, ob Sie jetzt tatsächlich für Bürgerräte plädieren oder ob Sie für ein Gegenkonzept auch plädieren. Ja, danke schön. Hört man mich? Ja. Okay. Also dann direkt, ich plädiere für Doppelschienigkeit, wie ich das schon gesagt habe. Und diese Doppelschienigkeit enthielte sozusagen auch eine gewisse Absicherung. Ich glaube, dass man die jetzt im Moment karrieregeilen Politiker, die sich bestechen lassen würden und die das Parlament weiter aufblähen lassen würden, also immer mehr Mitglieder, damit immer mehr Leute sich gesund stoßen können mit den Einnahmen. Also die Leute könnte man, oder viele von den Leuten könnte man vielleicht im Moment nur dadurch gewinnen oder nur dafür gewinnen, obwohl das eben auch schon ein Schritt mit Abstrichen wäre, dass man sagt eben, es gibt jetzt Vergütungen für verantwortliches Handeln statt für nicht verantwortliches Handeln. Das ist also eine Schiene, die für die Menschen, die wirklich gar nicht zu gewinnen sind für das Echtverantwortliche, besser ist als nichts. Aber jetzt zu den Fragen, die die eigentlich verantwortliche Schiene betreffen. Also die eigentlich verantwortliche Schiene würde schon bedeuten, dass jemand eben aus innerem Wertebewusstsein, ozeanisches Einheitsbewusstsein oder Spirit Identification Level, sagt, ich tue das im Ganzen sinnvolle, ohne mich durch irgendwas korrumpieren zu lassen. Also unabhängig überhaupt von Bezahlung oder Belohnungseffekten im Augenblick. Wenn er diese Einstellung hätte, und ich glaube, irgendwas im Inneren eines Menschen ist schon so, dass jeder eigentlich sich sagen kann, wow, das wäre ja echte Verantwortlichkeit. Und nicht nur das Verantwortliche nur zu tun, weil man dafür gekauft werden muss, sondern es um der Sache willen zu tun. Also ich glaube, jeder Mensch hat in sich, dass er dieses Wertebewusstsein ein Stück weit spüren kann, wow, das wäre was. Und das sind eben die echt verantwortlichen Menschen dann. Und ich glaube, dass man gleichzeitig, also ich sage nicht, dass erst die nächste Generation so geködert werden sollte, sondern ich sage, das sollte man als Köder ab sofort auslegen, indem man eben sagt, hör mal Politiker, du, der du bisher gehofft hast, ins Parlament zu kommen und immer höhere Gehälter zu bekommen, überleg doch mal, ob du nicht eine höhere Lebensqualität in einer solchen Gemeinschaft so aufs Ganze verantwortlicher Menschen, mit denen du so dich austauschen kannst, diesen geistigen Reichtum hast, mit denen du so eine soziale Verlässlichkeit, eine positiv gebundene Beziehung untereinander hinbekommen kannst und dies Ganze, ob jetzt ein nicht verklemmtes Liebesleben und ach, was weiß ich, was es alles wäre, würde dir das nicht, lieber Politiker, wenn du direkt jetzt die Wahl treffen kannst, in so eine Kommune mit einzutreten, würde es nicht auch äußerlich dir viel besser gefallen als die hohen Gehälter. Also man sollte es sehr direkt als zusätzlichen Köder und als zweite Schiene auslegen und ich bin der Ansicht auch, gerade aus dieser aufs Ganze schauenden Verantwortlichkeit ist es auch ein moralisches Gebot, das zu machen und zwar so stark wie möglich, weil wir haben keine zweite Welt in der Hinterhand und zu echter Verantwortlichkeit durchzubrechen. Also eigentlich bräuchten wir das eher gestern als heute. Also der Druck, diese ganzheitlich verantwortliche Kultur hinzubekommen, der ist enorm und deshalb glaube ich, ist es nicht so wichtig, das als zweite Schiene laufen zu lassen, sondern eben, dass man das auch versucht, möglichst stark zu fördern, das ist die Schiene, wir kaufen die Politiker für verantwortliches Handeln, statt dass sie gekauft werden für unverantwortliches Handeln, dass es das ablösen kann. Diese trügerische Krücke, nenne ich es auch mal. Und ein letztes Argument noch bezüglich der Frage, ob solche Bürgerversammlungen ohne Arbeitsteilung, also aus dem Handwerker und der Hausfrau von der Straße, weniger verantwortungslos oder weniger korrupt wären. Ein geläufiges Argument ist ja, dass der Berufspolitiker eine besonders gut anzielbare Zielscheibe darstellt für die Korruptionsversuche aus der Wirtschaft. Dem kann man halt die Bestechungsgelder sehr gezielt so zuschustern. Werden Bürgerversammlungen aus normalen Bürgern gewählt, die vielleicht noch per Los zusammenkommen, hat man nicht diese Zielscheibenqualität. Auf der anderen Seite glaube ich aber, dass es trotzdem nicht verantwortlicher würde, weil die normalen Bürger sind ja durch die breit gestreute Korruptionswerbung schon völlig verdorben. Dass sie also durch das, was sie an Werbung und an fehlgeleiteter Bildung mitgeteilt bekommen, eigentlich alle so drauf sind, dass ihnen der Lottogewinn für sich selbst wichtiger ist als Gerechtigkeit für alle und dass sie im kapitalistischen System hoffen würden, eher vom Tellerwäscher zum Millionär zu kommen, als zu einem freiwilligen Menschheitsfamilien-System zu kommen. Ja, also von daher ist das alles trügerische Krücken und der Vorschlag von Dillen ist auf jeden Fall schon besser in meinen Augen, als da auf so ein zusammengelostes Bürgerparlament vertrauen zu wollen. Ja, denn gerade das ist genau der Punkt. Erstens fehlt dem Bürgerparlament dann eben erstens die Kompetenz und zweitens auch die verantwortliche Motivation und auch die sind ja durchmanipuliert. Das ist ja quasi so die vorteilbringenden Irrtümer, die parasitären Meme, die Killerwehren des Geistes, haben ja die gesamte Weltbevölkerung infiziert und nicht nur die Politiker. Und insofern wären dann keine besseren Ergebnisse zu erwarten, sondern erst mal genauso schlechte. Und wir wollen doch insgesamt viel bessere Ergebnisse erzielen. Und dafür ist eben unser Konzept des Zuckerbrots und Peitsche für Politiker, also sozusagen starke, positive Anreize für gutes Tun von Politikern, verantwortliches Handeln von Politikern, der richtige Weg. Und vielleicht meine Antwort dazu noch. Erst einmal, noch einmal dringende Empfehlung. In der Einladung war ja der Link zu der letzten Talkshow mit drin. Genau das, da waren sehr viele Argumente, wie wir eben die Politiker mit eben Zuckerbrot und Peitsche dazu bringen, dass sie erstmals, erstmals uns Wählerinnen dienen müssen. Sonst sind sie einfach weg. Und Frau, Frau Messi noch einmal ganz kurz dazu, Schuss, schlimm, dass vielleicht jetzt erscheint, dass Frau Merkel 16 Jahre dran ist. Aber stellen Sie sich Frau vor, nicht Frau Merkel hätte das Land in den letzten 16 Jahren regiert, sondern sie wäre zwar Kanzlerin gewesen, aber die Reformen hätten die besten Experten Deutschlands durchgeführt, weil sie die in den Fernsehtalkshows, in den Talkshows, Vorwahlen, Mini-Volksentscheide, Talkshows und in den Vorwahlen, Mini-Volksentscheide jeweils entdeckt hätten sofort, bevor die dann als neue Gegner auftreten sozusagen und dadurch Deutschland in Wahrheit von den besten Experten aus jedem Winkel Deutschlands reformiert worden wäre und Frau Merkel nur die Oberaufsicht über das Ganze gehabt hätte, aber mit ihrer Ideenlosigkeit gar nicht gestört hätte sozusagen, dann wäre es gar nicht so schlimm. Dann wäre sie sozusagen so etwas wie die über allem Stehende, diejenige, die die Experten machen lässt. Die Experten, die das besser können als sie selber. Und genau dann wäre doch das größte Problem weg. Denn das größte Problem ist ja jetzt, dass Frau Merkel denkt, sie hätte die richtigen Ideen. Dabei hat sie seit 16 Jahren wahrscheinlich keine einzige neue Idee gehabt, ja? Und verstehen Sie, das wäre so diese Kompromisslösung. Und dann nochmal zum Herrn Wagner ganz kurz das Argument. Das Problem ist ja auch bei den Politikern. Wir sind alle erzogen aus Sicht von Next Scientists for Future mit einer gewaltigen, durch Vorteil bringende Irrtümer beziehungsweise parasitäre Meme beziehungsweise Killerviren des Geistes durchmanipuliert, auch die Politiker. Und zwar diese Killerviren haben zum Beispiel unsere Liebesfähigkeit, unser Liebesaspekt im Leben ja grundsätzlich getötet. Übrig geblieben ist noch ein ganz kleines eingekastelter Rest an dessen, was diese Gesellschaft an Liebe noch zulässt, in ganz reduzierter Form. Fast alle Formen der Liebe sind in unserer Gesellschaft termolisiert, egal ob das homoerotisches ist oder oder ja, also fast alles. Es gibt fast, ja, wenn Sie heutzutage, Frau Mäßig, stellen sich vor, Sie sind ja jetzt gut verheiratet, aber jetzt stellen Sie vor, Sie würden jetzt, hätten, wären unverheiratet und würden einen netten 20-jährigen Mann kennenlernen und es funkt irgendwie und so weiter, dann wären Sie sofort mit dem Verbot ausgesetzt. Höh, eine etwas ältere, reifere Frau und ein jungerer Mann, das ist ja Igitt, das ist ja Pfui oder stellen Sie sich vor, Sie hätten eine Tochter und das wäre dann ein junger Lehrer in der Schule und dann würde die Tochter sagen, ja Mutter, das ist doch mein Lehrer, du darfst doch mit dem jetzt kein Liebesverhältnis anfangen, das ist doch mein Lehrer. Also alle Leute sind voll mit Argumenten, warum Liebe nicht sein darf. Es gibt eigentlich mehr Argumente, warum Liebe nicht sein soll, als dass sie jemand sein sollte. Und das ist genau das, weswegen dann auch die Politiker eben den Fehlen eben diese liebevollen Gefühle und auch die Erwartung in einer Kommune, in einer Gemeinschaft dann viel mehr Liebe erfahren zu können, dafür haben die gar keine Resonanz. Die Unterdrückung innen drin ist so stark, dass sie sich das gar nicht glückshaft vorstellen können, eine andere Lebensweise. Und deswegen fürchte ich, dass die Politiker genau deswegen ja auch so total verantwortungslos handeln, weil sie ja auch gar nicht in der Liebe sein können. Ein bezüglich der Liebe unterdrückter Mensch, wie kann der plötzlich sich für Liebe öffnen und dann auch für Verantwortungsgefühle öffnen? Wobei dann noch abschließend die Diskussion kommt, dass ja die Next Scientists for Future sagen, ja, also unsere Gesamtverantwortung für das große Ganze bezieht sich auf einen Umkreis von meiner Kommune, die umliegenden Kommunen und die noch einmal der weitere Umkreis der umliegenden Kommunen, vielleicht noch ein, sogar ein Kreis weiter. Aber irgendwann dann ist Schluss, das andere ist dann fremd und uninteressant, während Herr Wagner ja dafür plädiert, dass der Mensch auch in der fähig sein sollte, nicht nur über den zweiten Kreis und dritten Kreis, sondern auch über den vierten und fünften Kreis bis hin zum Erdkreis verantwortlich empfinden zu können. Die Frage ist, ob das Menschen generell überfordern könnte oder ob das realistisch ist. Ja, das könnte man als Frage noch stellen. Ja, jetzt sage ich mal zu dieser Fragerunde erstens an die Frau Mesli, die Frage, die sie sich jetzt schon mal überleben kann. Ist dieser Fragenbereich noch mal erschöpfend soweit behandelt? Und an Herrn Wagner die Frage gibt es noch oder und Herrn Eckenberger, gibt es noch Gegenargumente gegenüber jetzt meiner Argumentationslinie jetzt zuletzt? Nee, also ruhig jetzt schon mal noch mal Gegenargument sagen, denn das Einzige, wo wir uns ja uneins sind, ist ja die Frage, wie weit kann man den jetzigen Politiker locken, der gar nicht liebesfähig ist, weil er so voll Unterdrückungs-Memen ist sozusagen, parasitäre Meme, Killer-Viren, das Geist, die seine Liebesfähigkeit und Offenheit für Liebe überhaupt und andere Lebensweisen ja blockiert haben? Einerseits, wie kann man das erwarten, dass da sich was bewegt? Und die andere Geschichte ist eben, ist der Mensch wirklich, welche Beweise gibt es dafür, dass der Mensch über diese zwei, drei, vier Umkreise um seine eigene Gemeinschaft herum noch verantwortlich fühlen kann? Ja, das bitte loslegen. Ja, danke schön. Sie haben das richtig gesagt, Herr Bülent. Im Grunde genommen geht unsere Meinungsverschiedenheit ja nur um eine Dosierungsfrage. Also, wie stark müsste man den Menschen für die Verantwortlichkeit kaufen? Oder inwiefern wäre ein intrinsisches Gesamtverantwortungsgefühl? Oder Gesamtverantwortungsbewusstsein für ihn möglich? Oder beziehungsweise, wie sehr sollte man ihm diese Möglichkeit alleine lassen? Also für die Menschen, die dazu fähig sind und als Sorgmittel für die anderen. Also im Prinzip würde mir reichen, wenn bei irgendeinem Konzept herauskommt, ja, wir sehen, dass dieser Spielraum seinen Wert hätte, die freiwillige Gesamtverantwortlichkeit, wo Menschen sie schon aufbringen können oder wo sie sie erleben wollen und da reinwachsen wollen, auf jeden Fall so stark, wie es möglich ist, zuzulassen. Weil im Moment wird das ja abgewürgt. Einerseits durch diese Kulturprägungen, die man durch das jetzige Korruptions- und Konsumsystem aufgedrückt bekommt, aber auch durch direkte politische Unterdrückungsmaßnahmen. Und was ich faszinierend finde, ist tatsächlich, also neben dem moralischen Druck so schnell wie möglich in höchstmögliche Verantwortlichkeit zu kommen. Ich finde faszinierend, im Grunde genommen, ja, zwei oder drei bemerkenswerte Erlebnisse. Zum einen, dass wenn wir in die Geschichte schauen, ob die großen Religionen, Buddhismus, Christentum oder jetzt heutzutage auch die Entwicklungspsychologie mit dem Konzept des Postconventional Level, da wird diese Verantwortungsreife, die ich beschreibe, tatsächlich als Ideal überall vorgezeichnet. Wenn man genau hinschaut, sieht man es. Das heißt, das ist in der Menschheitskultur verankert als eine mögliche Art von visionärem Menschsein oder verantwortlichem Menschsein. Die zweite Sache ist die, dass es ja dann die moderne Forschung gibt, auch zu diesem Postconventional Level und die besagt ganz nüchtern einerseits, dass es so gut wie keinen Menschen gibt, der aus diesem Postconventional Level heraus lebt, dass es aber prinzipiell nicht unmöglich ist, ja sogar, dass die Gehirnorganisation ab der Pubertät prinzipiell die Entwicklung solcher Denkmuster zulässt oder aber, wie eine Fernsehsendung aus dem letzten Jahr, wo ein Magier und Hypnosecoach mit meinem Beispiel konfrontiert wurde, dass der gesagt hat, ja es wäre uns ungeheures möglich, wenn wir die neu erkannte, von der Hirnforschung neu erkannte Neuroplastizität richtig voll ausgestalten würden, nämlich, dass wir durch unser Denken bis in die materielle Substanz unseres Gehirn hineins uns schöpferisch gestalten können, also auch umgestalten können. Und das dritte ist noch, was ich total faszinierend finde, also erst heute war ich hier in Berlin wieder auf einer Demonstration von Leuten, die hier gegen die Regierungsmaßnahmen eintreten, Corona-Maßnahmen, und die beweihräuchern sich von vorne bis hinten damit, wer sich mehr aufreibt für solches Demonstrationsengagement. Und ich sage schon denen die ganze Zeit, Leute, ihr habt doch sogar in eurem eigenen Programm stehen, dass ihr gleichzeitig, während ihr darüber schimpft oder demonstriert, wie schlecht alles ist, die Lösung auch schon sein wollt, die ihr in der Welt sehen wollt. Auch gemeinschaftlich und systemisch, also mit neuen Entscheidungs- und Verteilungsstrukturen, menschheitsfamiliäre Entscheidungs- und Verteilungsstrukturen. Und da hatten die ja eben vor, sowas auch zu bilden, wie so ein Zeltcamp, so eine Art Gemeinschaftsexperiment für diese Ziele. Und heute ging ich da hin und sagte, ja, ich möchte gerne hier mit Ankündigung bei den neu ansetzenden Montagsmahnwachen, die sie machen, dass es dieses Zeltcamp weiterhin gibt, dass wir das fortsetzen und dass auch diese Schiene gesehen und angenommen und weiter ausgefüllt werden könnte. Und das fies auf so allergische Verdrängung, dass ich die Ankündigung dann bei den Rednern oder auf der Bühne gar nicht machen konnte. Also einerseits könnte man sagen, ist das natürlich eine negative Erfahrung. Auf der anderen Seite ist für mich faszinierend, wie sehr das für die Menschen wie ein rotes Tuch ist, also ein Verdrängungsmuster dabei aufscheint. Wir haben durchaus die Erkenntnis, wie richtig das wäre und auch wie erfüllend das sein könnte. Wir verdrängen es mit Macht und ich glaube, wenn es mal möglich würde, dass nicht nur einzelne Menschen es richtig stark modellhaft vorleben, sondern dass wir auch nur kleine Kommunen hätten, die das aber wirklich mit einer reifen, ausstrahlenden Kultur vorleben würden, dann könnten echte Kipp-Effekte eintreten, die in unserer digitalen Zeit heute mit dieser Art von Informationsfluss noch ganz andere Umkipp-Qualität im Ganzen auch erzeugen könnten. Also da sehe ich Hoffnungsaspekte. Wir sollten es zulassen und so stark wie möglich fördern, was auf der Schiene möglich ist. Ja, wobei ich insgesamt ja gestern, wie gesagt, ich habe ja gestern eine Sendung gemacht, wo ich noch einmal gesagt habe, die Zeichen sehen nicht gut aus. Also alles, was konstruktiv geht, also eine bessere Staatsgesellschaft politisch herzustellen oder Inseln, also eigentlich bei dem Stichwort Kommune oder Wohngemeinschaft, Lebensgemeinschaft geht es ja um Inseln. Frau Mesli, Sie kennen ja die Insel, dieses Schloss, wie hieß es nochmal, das Schloss... Blumenthal. Schloss Blumenthal, genau. Das sind so Versuche, in Inseln ein besseres Leben herzustellen als im Reststaat. Und also das einmal sind es die Insel-Experimente und dann geht es um den Gesamtstaat oder um das gesamte Bundesland erst einmal und den Gesamtstaat. Wobei ich doch dazu erwähnen muss, unser Konzept schließt ja mit ein, mit den Wohlfühlstimmen, dass die Bundesländer, die Ministerpräsidentin, quasi Staatsmacht kriegen. Denn es hat ja keinen Sinn, dass sie bestimmte Sachen in ihrem Land nicht verändern dürfen, weil das dann Bundessache ist und sie nur Ländersache verändern dürfen. Nein, wir müssen das so machen und da kommen wir jetzt auch mal zur europäischen Frage ganz kurz am Rande zurück. Wir haben das noch nicht. Wir haben noch nicht die Vereinigten Staaten von Europa und da wir die nicht haben, können wir zum Beispiel die Wohlfühlstimmen aller deutschen Bürger, Wählerinnen, Wählerinnen, nicht Bürger, es gehen ja nur 45 Prozent zur Wahl, also 45 Millionen in Deutschland zur Wahl, also müssen wir davon ausgehen, dass auch nur 45 Millionen die Wohlfühlstimme abgeben werden. Und alle anderen interessieren sich für gar nichts und nehmen gar nicht teil an der Gesellschaft. Und da ist es letztendlich so, wie will ich vergleichen, aha, die französischen Wohlfühlstimmen, wie entwickeln die sich unter Macron und wie entwickeln sich die Wohlfühlstimmen in Deutschland unter Merkel oder Söder demnächst oder so, wie auch immer. Ja, ja, und wenn wir das nicht verhindern können und das haben wir nicht, also müssen wir mit dem leben, was wir haben und wir haben Ministerpräsidentinnen, ja und da müssen, denen müssen wir die Vollstaatlichkeit geben, dass die also jedes Bundesgesetz auch verändern könnten, wenn sie es wollen, weil sie in der, also damit man nämlich vergleichen kann und damit nicht dann die Ministerpräsidentinnen sagen, ja ich konnte ja nicht, weil das war ja Bundesrecht oder Bundesgesetz. Nein, die kriegen vollen Zugriff auf ihr Bundesland und ich glaube auch, dass dieser Trend der richtige ist. Ich war selbst früher Vertreter von den Vereinigten, von den United States of Europe, ja, of Northern Europe, United States of Southern Europe und dann vielleicht später dann die United States of Europe, aber ich glaube, wir sollten genau in die Gegenrichtung gehen, weniger Staat, also einfach sozusagen die Bundesländer als unsere Staaten jetzt erst einmal sehen und dann eben eigentlich mein Wunschziel wäre, dass sich dann wieder eine Welt, denn wir müssen uns Afrika vorstellen vor 400.000 Jahren so als ein Netz von Gemeinschaften, von vielleicht sogar Ur- oder Vollmatriarchalen, Pazifistischen Bonobo-Schenker-Kommunen, ja, und mehr gab es nicht und brauchte es auch nicht, weil alle damit viel glücklicher waren als jetzt und die einzige Aufgabe, die wir ja haben, die wirklich staatlich sein muss, ist im Moment noch, solange es noch angriffslustige Kriegsstaaten gibt, ist die Verteidigung, ja, und wir sind ja auch noch weit entfernt von einer europäischen Verteidigungsunion, ja, also können wir auch einfach sagen, wir bleiben erstmal bei der Konzentration auf Deutschland und machen lieber unsere Bundesländer zu Kleinstaaten, ja, gehen wieder also in diese Richtung und kümmern uns erstmal um einen weltweiten Pazifismus und wenn der weltweite Pazifismus gegeben ist, dann ist diese Staatsaufgabe auch nochmal weg, nämlich die äußere Sicherheit kann dann schon ganz minimal werden und extrem runterschrumpfen und dann haben wir all diese Probleme nicht und dann am Ende vermissen wir die Vereinigten Staaten von Europa gar nicht mehr, weil wir es gar nicht brauchen, weil dann dieses Prinzip ist, jede Gruppe liebt seine, mindestens seine Nachbargruppen, mindestens seine Nachbargruppen, wenn nicht noch mehr, wenn, wenn dieses Weltbewusstsein noch dazu käme, wäre ja vielleicht noch schön, ja, auf der anderen Seite, ja, letztendlich ist der Weg Richtung Europa vielleicht der falsche Weg. Frau Mesli, Sie können ja aber auf jeder Zeit nochmal nachhaken, ich will nur nochmal ein neues Stichwort mit reinbringen, damit Sie auch nochmal neue Ideen kriegen für die nächsten Fragen, Frau Mesli. Ich will nochmal vom Fassadenmenschen sprechen oder Fassadenwesen. Seit 400.000 Jahren hat unser gnadenloses Fehlentwicklungssystem, Erfindung von Tauschhandel, Markt und Arbeitsteilung bei gleichzeitigen Fehlen von starken positiven Anreizen, was dann zu einer massenhaften Ausstreuung von Vorteilbringenden Irrtümern aller Sparten führte. Und wir sind alle durchmanipuliert davon und deswegen sind wir alle Fassadenwesen geworden. Wir haben alle die Fassade. Vor 400.000 Jahren waren wir gute Menschen. Heute haben wir die Fassade, dass wir glauben, wir seien gute Menschen, aber das ist eher eine Rationalisierung oder eine Illusion. Aber das faktische Handeln, wenn man heute das faktische Handeln aller Menschen untersucht, ist es so, dass sie zwar in der Illusion leben, die Welt ist schlecht, aber ich tue Gutes. Aber die Wahrheit ist wahrscheinlich, die Welt ist schlecht, weil wir alle, jeder von uns faktisch schlecht tut in einem schlechten System. Ja, wenn ich daran denke, was ich als junger Student gemacht habe, auch wenn sie nur einkaufen gehen, mit dem Einkaufen setzen sie eine Maschinerie in Gang, die ganz viel manipulative Aspekte hat. Nämlich jeder, wenn ich nur einkaufen gehe, der Händler hat ein riesen Interesse daran, dass ich unglücklich werde, damit ich noch mehr kaufe bei ihm und kaufsüchtig und esssüchtig werde oder bleibe. Und insofern setzt also immer mein Verhalten in der Gesellschaft, und wenn es nur das Einkaufen gehen ist, eine riesige Maschinerie in Kraft, die aus einem Mehrpersonen-Tandem, es gibt ja solche Bierfahrräder, wo die Leute zu mehreren radeln und dann ihr Bier trinken und so weiter. Genau solche Mehrpersonen-Fahrräder oder Mehrpersonen-Tandems sozusagen. Das ist nämlich so, wenn sie beim REWE einkaufen, gehen sie nicht nur bei REWE einkaufen, sondern es ist ein Riesenkomplex aus REWE und ARD und ZDF, wo REWE verbunden ist über Millionen schwere, Abermillionen schwere Werbespots und wo eine Evolution abläuft, dass ARD und ZDF im Programm die Menschen dazu manipulieren, süchtig zu werden, esssüchtig zu werden, konsumsüchtig zu werden. Dann fließt das Geld wieder zurück an REWE, weil die Leute jetzt Suchtkäufe tätigen. Und dieses Geld geht wieder über den Werbeetat zurück an die Journalisten, die mit ihrem Programm wieder Manipulationen ausstreuen, die die Menschen wieder liebesunfähig machen und damit esssüchtig machen. Und solche Kreisläufe, also schon mit dem Einkaufen trete ich eine ganze Maschinerie, bringe ich eine ganze Maschinerie ins Laufen, die mein Leben zerstört, aber auch das Leben aller anderen zerstört, damit sie mehr kaufen. Ich hoffe damit, das deutlich gemacht zu haben. Oder denken Sie an die Menschen, die in der Tabakindustrie oder in der Alkoholindustrie oder in der Zuckerindustrie arbeiten. All diese Menschen denken, sie würden was Gutes tun mit ihrer Arbeit. Aber faktisch arbeiten sie an einer Maschinerie mit, die unsere aller Gesundheit beschädigt und zerstört. Und insofern sind wir alle Fassadenmenschen geworden. Früher waren wir gute Menschen und haben auch Gutes getan durch unser Schenken in der Gemeinschaft und so weiter. Und heute glauben wir nur noch, dass wir Gutes täten. Aber wenn man das faktische Handeln untersucht, an was sich die Menschen alles beteiligen, da braucht man ja nicht nur das Beispiel des Rüstungskonzerns zu nehmen, dann ist es so, dass es alles, dass es nur noch eine Illusion ist, dass man selber Gutes täte. In Wirklichkeit, wenn man das faktische Handeln untersucht, kann man sagen, die Welt ist deswegen so schlecht, weil Abermilliarden Menschen schlecht handeln, wenn man es auf das faktische hin untersucht. Ich hoffe, Frau Bessi, das bringt Ihnen noch mal neue Impulse, vielleicht für weitere Fragen, die da noch auch eine Rolle spielen könnten. Frau Bessi, haben Sie denn noch eine neue Frage, die sich so gebildet hat? Oder haben Sie noch eine Nachfrage zu dem vorherigen Themenbereich? Nee, also wir können jetzt schon zu diesem Fassadenwesen übergehen. Ja, fragen Sie da mal was. Also ich war ja schon seit vielen, vielen Jahren bin ich der Meinung gewesen, dass ich doch mein Einkaufsverhalten wirklich etwas verändern kann. Und wenn ich das jetzt so beobachtet habe, in den letzten Jahrzehnten. Also früher gab es ja im Supermarkt kaum Bioprodukte, sage ich jetzt mal. Und das ist ja jetzt schon überall so. Wirklich Bioprodukte, auch wenn es manchmal nur EU-Bio-Qualität hat, gibt es in allen Supermärkten. Das hat also schon was bewirkt, wie wir als Konsumenten eingekauft haben. Oder wenn ich jetzt sage, glutenfreie Produkte, vegane Sachen, gibt es jetzt alles schon, was es vor 10, 20 Jahren noch überhaupt nicht gab. Und ja, ich kann mich ja nicht selbst versagen. Ich habe zwar einen Garten, aber ich kann nicht da so viel anbauen an Gemüse und Obst und so weiter, dass ich das ganze Jahr davon leben kann und nichts mehr einkaufen muss. Ich muss was einkaufen, um auch meinen täglichen Bedarf zu decken. Da muss ich ja nicht mal unbedingt jetzt an Alkohol, Zigaretten und Zuckerprodukte und so weiter, muss ich ja nicht kaufen. Ich kaufe einfach Grundnahrungsmittel und koche davon. Und was will ich, wie will ich denn anders leben? Ja, denn es geht doch nicht. Ich kann doch nicht wieder so, ich kann nicht zurück um 400.000 Jahre. Ich lebe jetzt in 2021. Und da sind nun mal die Bedingungen so, dass ich mir was einkaufen muss, damit ich auch was zu essen habe. Ja, und das verlangt auch niemand von Ihnen, dass Sie da was ändern. Deswegen, ja, gleich, gleich. Ich will nur kurz schon mal mein, so ein bisschen der Frau Mesli da was zum Nachdenken geben. Kurz nehme mich Frau Mesli. Erstens. Wir wollen ja, also ich jedenfalls will ja nicht sofort, ja, für mich ist ja Kommune das Zukunftsmodell, ja. Jetzt werde ich auch noch einkaufen müssen, ja. Ich will mir ja selbst nicht mein Einkaufen verbieten. Aber ich will doch, dass es positive Anreize gibt, dass der Supermarktleiter dann am meisten Verdienstzuschüsse bekommt. Denn wenn er das, was er mir da hinliefert in der Gesundheitslandschaft mit einer Ernährungsberaterin vielleicht im Zentrum seines Supermarktes, die ich ansprechen darf und die mir alles zeigt und sozusagen und der Supermarktleiter quasi mir hilft. Und wenn meine Wohlfühlstimmen besser werden, meine Gesundheitsdaten, meine Langlebigkeitsdaten besser werden, kriegt er die höchsten Verdienstzuschüsse und die wandelt er um, indem er die hochwertigen Bioprodukte mir billiger anbietet, weil er kriegt das ja wieder belohnt. Wenn er mir nämlich den Preis senkt für die hochwertigen Superbioprodukte, den Preis senkt und ich deswegen eher das kaufe als anderes, dann gebe ich ja wieder bessere Wohlfühlstimmen ab, bessere Gesundheitsdaten, Langlebigkeitsdaten entstehen und er kriegt wieder höhere Verdienstzuschüsse und wird quasi dafür, dass er die Preise gesenkt hat, wiederum belohnt und hat am Ende wieder größeren Erfolg. Also verstehen Sie? Und ich sage Ihnen mal das Gegenargument zu dieser Idee, dass das Kaufverhalten alleine die Welt retten würde. Da gibt es ein entscheidendes Gegenargument. Welchen Beweis, Frau Mesli, welchen objektiven Beweis haben Sie, wenn ich jetzt mal die Gegenthese, die Gegenhypothese aufstelle und sage, das heutige Bio ist schlechter als das frühere konventionelle. Das ist nur eine Titelbetrug. Das Ganze ist nämlich so, niemand hatte ein Interesse daran an ihrer Gesundheit, aber man hat erkannt, dass Leute daran glauben, glauben, dass Bio etwas Gutes sei, auch wenn es in Wirklichkeit gar nicht so richtig gründlich geprüft wird. Und dann hat man einfach den Leuten das gegeben, woran sie glauben. Aber ob das wirklich gesünder ist? Es gibt ja auch Berichte darüber, die sozusagen die Frage stellen, ja für den normalen Bürger ist dann zum Beispiel, wie haben Sie vorhin genannt, gibt ja diese laktosefreien Produkte, dann gibt es die glutenfreien Produkte und so weiter. Und da gab es mittlerweile auch Berichte, dass die teilweise wiederum auf eine andere Weise wieder ganz schön vehement gesundheitsschädlich sein könnten, diese Produkte. Also mir, Frau Mesli, da sind wir wieder immer bei demselben Punkt, auch vorhin bei der Politik. Warum versuche ich mit anderen Maßnahmen, wie mit der Hoffnung, dass über das Einkaufsverhalten die Wirtschaft endlich mal was Gutes tun würde, warum mache ich es nicht gleich richtig von der Wurzel her? Ich gucke, wie sich die Gesundheit der Kunden entwickelt und belohne die Supermarktleiter nach den Wohlfühlstimmen, Gesundheitsdaten und Langlebigkeitsdaten der Kunden. Dadurch werden sie wieder durch Zuckerbrot und Peitsche quasi gezwungen, ihnen dienen zu müssen. Und dann kriegen sie, egal wie das dann heißt, das muss gar nicht Bio heißen, sie kriegen aber super Bio-Permakultur, super Qualität, weil das einfach für den Lebensmittelsupermarktleiter einfach für den wichtig ist, dass sie das kriegen, weil nur dann kriegt der große Verdienstzuschüsse. Und dann wird vielleicht das Wort Bio ganz verschwinden, weil alles Bio ist und weil die Supermarktleiter gar nichts anderes mehr anliefern lassen. Und dass dann die Zulieferer, dass der Marktleiter wird sagen, liebe Zulieferer, wenn ihr uns was liefert, was die Leute krank macht, dann verliere ich meinen Job, weil ich kriege keine Verdienstzuschüsse mehr, mein Laden wird geschlossen und ihr verliert euren Job des Zuliefererns. Also produziert auch ihr nur noch super Bio-Permakultur-Qualität, aber ihr müsst das gar nicht mehr benennen als solches. Liefert einfach gesundheitsförderliche Nahrung. Und verstehen Sie, Frau Messi, das ist das große Neue des Ansatzes der Next Scientists for Future, dass wir gucken, was wir wirklich wollen, nämlich einen gesundheitsförderlichen Supermarktleiter. Und genau den nur das belohnen wir. Und ob, wie das dann heißt, ob das glutenfrei heißt oder laktosefrei oder bio oder nicht bio, ist uns doch völlig egal. Hauptsache, er ist total gesund, was er uns liefert. Ja, verstehen Sie die Logik? Das ist ein völlig anderer Ansatz. Und jetzt erwarten wir vielleicht die entsprechenden Gegenargumente jetzt nochmal zu dieser Argumentationsschiene und aber auch zu anderen. Ja? Gern, gern. Also ich schicke voraus, bei dem, was ich jetzt sage, also ich meine, wir haben ja die ganze Zeit das Problem vor Augen, wie ist der Mensch motiviert? Inwiefern kann man das Gute, das Verantwortliche von ihm erwarten oder inwiefern will er einen dafür steinigen? Also ich sage alles sehr plakativ, das kürzt es ab. Insofern gleich jetzt, also bei der Antwort, die ich jetzt sage für Frau Messi und für dich, zählen, ähm, äh, mein Grundsatz ist, du musst den Menschen immer die Wahrheit sagen und du musst ihnen immer so sagen, dass sie ihnen gefällt. Also sonst würde ich Minuspunkte beim lieben Gott sammeln, das will ich ja nicht, ne? Also ihr müsst euch fröhlich fühlen, äh, während ich, äh, euch jetzt die folgenden Dinge sage, ne? Also nicht mehr böse sein oder sich ärgern, äh, ihr wollt doch bestimmt nicht, dass ich negative Punkte im goldenen Buch beim lieben Gott bekomme. Aber jetzt meine Antworten, ähm, nehmen wir an, es wäre Menschen möglich, dass ein Mensch erkennt, ehrliches Denken ist schon mal höchste Lebensqualität. Also wenn ich mich selber zumindest nicht belüge und betrüge, das ist ganz toll, das ist wichtiger, als wie viel Geld ich auf dem Konto habe oder sonst was. Nehmen wir an, das wäre möglich. Dann wäre der Durchbruch ganz nah und ganz einfach, auch für Frau Messi und für dich natürlich willen. Weil im Prinzip sind das ja dermaßen deutliche Selbstlügen, mit denen man sich betrügt. Also ich weiß nicht, wenn die Frau Messi einen Haus hat mit Garten, dann wäre es mit Sicherheit so, dass ich in einem Crashkurs von zwei, drei Tagen eher erklären könnte oder praktisch vormachen könnte, wie sie das Aussteigerleben praktizieren kann und völlig ohne Geld, Papiere und Selbstversorgung, ähm, zurechtkommen könnte. Aber nehmen wir an, ich denke ganz ehrlich, dann werde ich ja auch sehen, dass die Frage, wie kann ich verantwortlich leben, höher steht als die Frage, an welchem Ort will ich jetzt aus Vorliebe sein oder bleiben. Das heißt, wenn ich sehen würde, es geht nicht gut genug da, wo ich bin, dann gehe ich doch weg von dort. Weil der Maßstab insgesamt verantwortlich zu leben zählt am höchsten. Und wenn ich weiß, es gibt Orte, wo das am besten geht oder ich das also auch mitmachen kann, dann gehe ich da hin. Und klammere mich nicht an Verkehrtes, weil ich sage, da bin ich aber halt jetzt oder es gefällt mir hier oder hier sind meine Bekannten und Verwandten und was weiß ich alles. Also alles Scheinargumente. Also in dem Moment, wo man wirklich ehrliches Denken in sich selbst als höchsten Wert betrachtet, zerplatzt das alles wie die Seifenblasen und dann wird ganz viel möglich. Natürlich auch von heute auf morgen wird das möglich. Also zum Beispiel kann ich ja jedem von euch anbieten, kommt in unsere Projekte, da könntet ihr schon jetzt den Turbo anschalten und so ganz anders leben. Aber jetzt noch ein Argument eben auch zu der Wahrscheinlichkeit, wie man das eine oder andere erreichen kann. Also Herr Dillen, wir sind uns ja einig, dass im Prinzip für fast jede Veränderungsstrategie es vielleicht zu spät sein kann, weil die Menschen einfach zu stur sind in ihrer kurzsichtigen oder Suchtlogik, wie man das nennen kann. Ich behaupte ja, dass sogar ein Konzept wie die Wohlfühlstimme von ihnen überwiegend abgelehnt und verdrängt würde, weil sie wie die Suchtabhängigen sich sträuben würden, jetzt wirklich mal dauerhaft ihr eigenes Wohlbefinden zu messen. Denn natürlich weiß jeder, egal ob er zu viel Zucker isst oder ob er sich Heroin spritzt. Er weiß, dass das auf Dauer eine negative Bilanz hat, aber er ist nicht bereit, davon abzugehen. Er folgt seiner Sucht und kommt man ihm und sagt, jetzt messen wir das mal kontinuierlich, dann wird ihn das ärgern, wird er sagen, geh weg damit. Ich will jetzt einfach das leben, was mir im Moment Spaß macht. Du brauchst mir nicht beweisen, dass das auf lange Sicht schlecht ist. Das weiß ich selber schon. Oder geht mal in ein Altenheim und sagt den alten Leuten dort, durch Veränderung ihrer Ernährungsgewohnheiten können sie ein paar Jahre länger leben. Also dieses Argument, was jetzt bei Corona so ungeheuer wichtig ist, ob die Alten ein paar Jahre länger oder weniger lang leben. Wenn es darum geht, das zu erreichen durch Ernährungsumstellung, dann sieht man sofort, wo der Hase läuft. Dann sagen die, was willst du? Ich soll meine Ernährung ändern? Ne, dann sterbe ich lieber früher, aber ernähre mich so weiter, wie ich es gewohnt bin und wie es mir meine Lebenslust bereitet und so. So ist doch die Wirklichkeit. Und so betrachtet, also ich bin da kein naiver Utopist oder Optimist. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass der Mensch in seiner Gattungsart, wie sie sich da gestaltet, viel zu negativ suchtverhaftet ist, als dass er auf irgendeine Schiene noch zu verantwortlichem Verhalten kommen könnte. Sondern dass er wegen dieser kurzsichtigen Suchtlogik eine Fehlentwicklung ist. Und ich kann ja auch ehrlich zugeben an dieser Stelle, also wir erleben ja im Moment das, was da mit Corona passiert. Und ich bin vorneweg mit den Gegendemonstrationen oder hier jetzt in Berlin das Widerstandszeltcamp vorzusetzen. Trotzdem gebe ich mal unumwunden zu, die Entwicklung mit Corona insgesamt ist für mich etwas, was eine große Hoffnung aufgebrochen hat. Denn das, was ich vorher so erlebt habe, nämlich das eventuell, wenn ich da komme und sage den Leuten, lasst uns auf lange Sicht verantwortlich sein, dass da gar keine Steuerungsmöglichkeit existiert in dem Geschehen. Sondern die sind suchtverhaftet, die gucken nur auf ihre kurzsichtigen Effekte und machen alles kaputt. Und es gibt für niemanden eine Steuerungsmöglichkeit, eine Eingriffsmöglichkeit in diesem Ablauf. Meine predigten nicht von Verantwortung, aber ich hatte damals echte Befürchtung, da lässt sich gar nichts mehr steuern. Durch niemanden. Und Corona zeigt uns aus meiner Sicht, dass es doch ein enormes Steuerungspotenzial in diesem Geschehen geben kann. Auch wenn ich das für eine Willkürregie halte und mich dagegen sträube, so ist der Punkt, dass doch steuerbar sein könnte, was da als Geschehen verläuft, etwas Hoffnungsgebendes. Und sei es auch, dass die überwiegende Steuerung, auf die man sein Vertrauen setzen könnte, nicht die von Menschen wäre. Oder zumindest, ich nenne es mal so, eine Kombination von den Eliten heute, die die großen Steuerruder in der Hand halten, mit einer digitalen Verantwortungslogik, die reinkommt. Denn die werden schon als Eliten danach gehen, wie richten wir uns jetzt hier auf diesem Planeten mit auch ziemlich viel Computersteuerung ein. Und die Algorithmen der Computer sagen, wir suchen nach der besten Problemlösung. So weit, wie da jetzt Aspekte mit einbezogen werden können in die Analyse. Das heißt, der Computer in seinem Verantwortungsbewusstsein, ich sage es alles ganz platt und plakativ, ist weit eher auf post-conventional-Level-Ebene als auf der Suchtlogik-Ebene der Menschen. Und vielleicht kann es ja sein, dass entweder dann diese digitale Logik sich durchsetzt, gegen den Willen der Elitenmenschen. Oder vielleicht sogar, dass die Elitenmenschen sagen, okay, wir lassen das zu. Wir leben jetzt noch unsere Willkür-Suchten-Teil aus, aber wir sehen, die Computer sagen uns schon, es muss so und so laufen, wenn es hier weitergehen soll. Und wir lassen das immer mehr auf diese computergesteuerte Verantwortungsstiene kommen. Also wie auch immer, also es ist jedenfalls alles nicht schlechter für mich oder enttäuschender oder desillusionierender als mein viele, viele Jahre andauerndes Trauma-Angst-Thema, dass die Menschen einfach eine gar nicht steuerbare Lawine sind. Ja, also... Lass uns die verschiedenen Schienen einfach so gut wie möglich durchziehen oder stärken, alles, was Richtung Verantwortungsentwicklung gehen kann. Ja, aber ich verfolge das ja jetzt auch schon eine Zeit lang und wir haben ja alle möglichen Leute auch zur Teilnahme. Ich denke an Frau Dr. Göttner-Abendroth, an den Professor Löhr, glaube ich. Und was haben wir unzählige Leute eingeladen, auch schon nur an den Foren teilzunehmen und die sind nie erschienen und haben sich nie gemeldet. Also das heißt, das Dilemma ist halt folgendermaßen. Ich will es mal so sagen, für die Masse der Menschen, wir müssen die Menschen dort abholen, wo sie stehen und die Masse der Menschen wollen erst einmal, wenn überhaupt, wenn überhaupt eine Veränderung, dann eine politische Veränderung. Denn der Weg der Kommune, wir haben das größte Kommunenprojekt, war einer meiner Lehrer als junger Psychologiestudent, der Osho Bagbanschi Raschnisch mit seinem, dann in den USA, das Kommunienprojekt Raschnisch Puram. Das waren tausende von Leuten angeblich. Ja, das war sicherlich eines der größten Projekte aller Zeiten und es ist kläglich gescheitert. Es ging dann um kriminelles Handeln und dass diese Kommune sozusagen schwere Straftaten angeblich begangen hat und so weiter. Und dann kriegt man so Berichte von Tamera oder ZEG und kriegt dann irgendwie, dass die auch in den öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern, da gab es da Berichte drüber auch, aber die aber eigentlich auch eher von dem unglücklichen Leben in diesen Gemeinschaften gehandelt haben. Und jetzt die neueste Sache war ja, dass gegen das ZEG jetzt mittlerweile im Internet gehetzt wird, dass es angeblich eine pädophile Organisation sei oder was auch immer. Also man merkt schon, es ist nicht leicht, über die Schiene des Kommunenlebens wirklich im Moment Menschen zu erreichen und dann wirklich etwas vorzuleben. Also sagen wir mal so, ich denke, die Bevölkerung wäre sehr interessiert, also diesem Inselthema, also in den Inseln schon mal ein glücklicheres Leben zu schaffen. Wenn es erst mal gelänge, wenn jetzt man sagen könnte, Herr Eckenberger sagen könnte, wir haben jetzt 100 Leute bei uns im Projekt, 50 Frauen, 50 Männer und vielleicht noch 10 Kinder, 15, 20 Kinder und wir sind alle so glückselig, was wollte er nicht doch mal einen Trip zu uns machen und uns besuchen. Und solange wir das nicht haben, ist es für die große Masse der Menschen wahrscheinlich nicht interessant. Und jetzt noch mal zurück zu dem anderen Thema, Frau Miesli. Ich habe vorhin vergessen, etwas dazu zu sagen. Auch wenn es Bio wäre, also nehmen wir mal an, das heutige Nahrung wäre wirklich Bio, was man im Supermarkt kriegt und so weiter. Und das wäre nicht nur Pseudo-Bio oder Schummel-Bio oder reduziertes Bio. Das Euro-Bio ist ja eigentlich ein Schummel-Bio. Und so weiter. Auch die Esssucht gegenüber dem Bio ist ja trotzdem dann von Interesse. Der Händler hat ja trotzdem Interesse, dass sie möglichst viel von dem Bio-Zeug kaufen. Mehr, als sie ihm gut tut. Und genau darum geht es uns doch, dass wir auch diese Interessen, dass der Händler sich nicht mehr bereichern kann einer Esssucht der Leute. Ja, ich habe gerade Superstar, die Finalisten gesehen und den Sieger. Der ist schwer übergewichtig. Das wurde kaschiert mit schicker Mode. Aber das ist USA-Verhältnisse, dass die Leute irgendwann genauso breit sind, wie sie hoch sind. Das erwartet uns. Und deswegen müssen wir doch dem Lebensmittelhändler einen Anreiz geben, dass er nicht mehr an der Esssucht verdient, sondern an der Gesundheit, dem Wohlfühlen und der Langlebigkeit seiner Kunden verdient. Und damit ist er quasi ein zweiter Arzt. Wir verstehen quasi den Supermarktleiter mit seiner Ernährungsberaterin wie ein zweites Arzt-Team. Nur, dass es eben sich konzentriert auf die Ernährungsschiene. Und dann noch einmal, das Selber-Sich-Belügen ist ja das Wesen dessen, was ich vorhin den Fassaden-Menschen von heute genannt habe. Das gehört ja gerade dazu. Sich selber belügen ist wohl eine Grundfähigkeit des Menschen, die er früher nie brauchte, weil er immer in der Wahrheit leben konnte. Aber seit Erfindung von Markt- und Arbeitsteilung und Tauschhandel ist es ja so, dass dieses sich selbst belügen können, nämlich Zucker ist ein gesundes Lebensmittel und das wirklich glauben zu können, ist ja die Grundeigenschaften dieses heutigen Fassaden-Menschen. Dass die Leute ihre Vorteilbringenden Irrtümer wirklich glauben und damit die ganze Welt vergiften und krank machen und schwer krank machen. Und es gibt eine Ausnahme. Es gibt manchmal Berichte über eine sogenannte Teilbewusstheit. Also Stichwort Teilbewusstheit. Also es gibt sozusagen Ärzte, es wird immer wieder von Ärzten berichtet, dass sie angeblich die Maßnahmen, die sie anderen verantwortungslos, gnadenlos verschreiben, zum Beispiel aggressive Chemotherapien, dass sie die bei ihren eigenen Kindern und ihrer eigenen Familie und bei sich selber nicht anwenden. Das spricht ja für eine Teilbewusstheit. Das scheint ja so zu sein, dass ihnen teilbewusst ist, dass das, was sie an Vorteilbringenden Irrtümern ihren Patienten gegenüber so im Alltag äußern, dass das eventuell gar nicht der Wahrheit entspricht. Und trotzdem tun sie es, weil sie eben nicht in der Liebe mit diesen Menschen sind. Diese Menschen sind für sie Fremde und damit verhandeln sie verantwortungslos. Und deswegen, also ich finde es immer gut, wenn man vielleicht appelliert an mehr Verantwortungsbewusstsein und einen höheren Reifelevel im Sinne der Entwicklungspsychologie und Lorenz Kohlwerks Entwicklungsmodell der höheren Reifestufen, Post-Conventional Level als höchstes Level. Aber mir ist es einfach sicherer, wenn ich mit ganz knallharten, positiven Anreizstrukturen die Leute dazu zwinge, das Gute zu tun. Und das ist mir einfach sicherer für einen Staat. Und ich weiß nicht, sagen wir mal so, ich wäre sehr interessiert, eine Kommune zu besuchen, wenn sie dann 100 Leute hat und die Leute wirklich, wenn man sie dann in den Talkshows sieht, ein solches Lebensglück und eine solche liebevolle Situation ausstrahlen, dass ich sage, oh, da muss ich hin, da muss ich hin. So wie ich damals als Student nach Puna musste, weil das, was in dem Film gezeigt wurde, hatte schon zumindest so ein bisschen was Liebevolles, was da so rüberkam. Und deswegen haben wir uns alle in den Flieger gesetzt und sind nach Indien runtergeflogen, nach Puna und haben dann also als Psychologiestudenten, haben da, ich habe dort drei Monate gelebt. Ja, und ich muss sagen, das war auch eine sehr wichtige Erfahrung. Aber ich musste natürlich auch sehen, dass es sich um einen Philosophieprofessor handelte, der eben zum Beispiel manche neuere Sachen auch noch gar nicht kannte in der Wissenschaft. und er konnte damals, sein Projekt konnte noch nicht funktionieren. Ja, Frau Mesli, sind Ihre Fragen soweit beantwortet und was könnte noch, was ist Ihnen spontan noch Neues eingefallen? Wir haben ja heute das große Thema quasi, was gibt es noch so für Aspekte der Gesellschaft, wo wir gucken können, wie sieht dann die ideale Gesellschaft der Zukunft aus? Aber wie gesagt, wir konzentrieren uns ja immer mit Frau Mesli auf die Realpolitik und dass es natürlich den Nebenpfeiler immer gibt, dass es über die Inseln den Versuch gibt, ein glücklicheres, gesünderes Leben sozusagen in einer Insel zu leben. das ist immer etwas, wo ich immer hoffe, dass da mal wieder was Großes kommt in der Größenordnung von Rashnish Puram mit tausenden Leuten, die aber auch dann wirklich glücklich sind und nicht nur irgendwie einen Krieg mit Oregon anfangen, was es damals war, da war ja quasi, da hat man ja den ganzen Staat Oregon gegen sich aufgebracht damals in den USA, angeblich jedenfalls. Ich kann ja nur die ganzen Berichte glauben oder nicht glauben. Frau Mesli, noch neue Fragebereiche zur Staatsgestaltung aufgekommen, jetzt durch unser Gespräch? Also ich hatte mir im Vorfeld schon mal ein paar Themen aufgeschrieben und da bin ich ja auch durch Ihren Hinweis, glaube ich, auf den Daniele Ganser gekommen und sein Friedensförderungsbedürfnisprojekt, wie auch immer. Also er sagt ja zum Beispiel, wenn man jeden Menschen als einen, ja, wie sagt man, ich weiß es nicht mehr, als einen Bruder, eine Schwester betrachtet, dann geht es eigentlich nur friedlich. Ja, also ich denke schon, dass das alle Lebensbereiche beeinträchtigt, wenn man eben friedlich miteinander leben will und diesen Gedanken, dass jeder Mensch ein Mensch ist, weil er all seinen Handeln, Denken und Tun beachtet. Also das ist auch ein großes Thema, was mich auch interessiert. Ja, dann sage ich mal kurz was dazu. Ganser argumentiert eigentlich wie Herr Wagner. Wenn er sagt, den anderen als Bruder und Schwester zu empfinden, dann ist das ja die höchste Stufe des Verantwortungsbewusstseins. Und zwar auch den in aller Welt als Bruder und Schwester zu empfinden. Also nicht nur den Nächsten im Umkreis des nächsten Kommunenringes, des übernächsten Kommunenringes oder zwei, drei Ringe um die eigene Kommune herum, diesen Nächsten als Bruder und Schwester zu empfinden, sondern auch noch den, der hundert Kreise weiter entfernt ist oder am Ende der Welt ist, auch noch als Bruder und Schwester. Also Herr Ganser argumentiert auf der gleichen Ebene wie Herr Wagner, dass das wünschenswert wäre. Auf der anderen Seite müssen Sie eins noch ganz klar sagen, Herr Ganser lebt materiell vom Krieg. Was wäre, wenn jetzt die Next Scientists for Future Reform umgesetzt wäre und es gäbe keinen Krieg mehr, weil die Erde dann pazifistisch würde, dann wäre Herr Ganser seinen Job los. Die Frage ist also, ist Herr Ganser, kann er überhaupt interessiert sein? Das ist ja die Frage, die wir auch jeder NGO stellen. Die NGOs leben davon, dass es in der Welt Hunger, Armut, Leid, Elend und hungernde Eisbären gibt und leidende Tiere und leidende Menschen gibt in aller Welt. Und meine Erfahrung war ja, dass diese NGOs gar kein Interesse haben, dass sich daran was ändert, weil dann ihr Spenden aufkommen und damit ihr Gehalt wegfallen würden und sie alle ihren Job verlieren würden. Und die Frage ist jetzt, kann Herr Ganser, denn ich habe ja mit ihm Kontakt gehabt, kann Herr Ganser überhaupt ein Interesse am Pazifismus in der Welt haben, wenn er, sein ganzer Verkaufserfolg funktioniert ja nur, alle seine Bücher und Vorträge verkaufen sich ja nur, weil es Krieg gibt in der Welt. Und wenn der Krieg abgeschafft würde und Sie wissen ja, Frau Mäsli, Sie erinnern sich vielleicht noch, aber ich wiederhole es nochmal, unser Konzept ist ganz klar, die Rüstungskonzerne werden von uns umdefiniert in Friedensförderungskonzerne und kriegen nur noch dann Verdienstzuschüsse und die Dividenden der Aktionäre und Großaktionäre werden nur dann weiterhin ausgeschüttet ausgeschüttet und bezahlt und konstant gehalten, wenn die Zahl der getöteten Menschen durch Waffen und Gewalt und Sprengstoff in der Welt im nächsten Jahr, das kann man auch Regionalzuständigkeiten herstellen, aber um fünf Prozent zurückgegangen ist. Ja, das heißt, unser Konzept ist, die Konzerne kriegen ihr gleiches Geld weiter, wenn sie Friedensarbeiter in alle Welt entsenden, Konflikte schlichten, es weniger Tote in der Welt gibt und so nähern wir uns dann dem weltweiten Pazifismus, in dem die Rüstungskonzerne zu Friedensförderungskonzerne werden und da appellieren wir wieder nicht an daran, dass sie doch die anderen Menschen bitteschön als Bruder und Schwester empfinden sollen, also das Post-Conventional-Level empfinden können, mögen bitteschön, sondern wir sagen, wir verlassen uns mal auf ganz knallharte positive Anreize es gibt Belohnung dafür, wenn die Zahl der Getöteten zurückgegangen ist und wenn die Zahl der Getöteten gleich hoch geblieben wird, wird das Geld um 5% gesenkt. Und das ist mir lieber, so quasi mit knallharter Zuckerbrot und Peitsche nachzuhelfen der Verantwortlichkeit, wenn dazu noch dieses Verantwortungsbewusstsein irgendwie noch dazukommt, umso schöner. Aber sozusagen, und auch dem Herrn Ganser würde ich lieber den Rahmen setzen, dass er auch dann, dass er am meisten Geld verdient, wenn der Krieg verschwindet und der Frieden sich ausbreitet in der Welt. Aber im Moment verdient er am meisten, er wird am meisten zu Vorträgen eingeladen, je mehr Kriege es gibt auf der Welt. Und das ist für mich so die Frage, das ist das, was ich mit dem Fassadenmenschen meinte. Wie weit denkt Herr Ganser, er würde für den Frieden arbeiten, aber vielleicht arbeitet er für das, wovon er lebt, nämlich vom Krieg. Denn seine Bücher würden sich nicht verkaufen, wenn wir weltweiten Pazifismus hätten durch die Reform der Next Scientists for Future. Und deswegen hat er vielleicht auch gar kein Interesse an einer Zusammenarbeit mit Next Scientists for Future, weil wir würden ihnen ja seinen Krieg wegnehmen. Wir würden ja die Ursache, nämlich dass die Konzerne ein Interesse an Kriegen haben, weil sie dann viel Profit machen können, sie können nur noch Profit machen in unserem System, wenn der Frieden sich ausbreitet, wenn die Zahl der Getöteten jedes Jahr um 5% zurückgeht. Und das stellen wir uns jetzt mal bei allen Waffenkonzernen der Welt vor. Dann haben sie innerhalb weniger Jahrzehnte, da haben sie absoluten Weltfrieden. Weil alle alles tun, um jeden Konflikt beizulegen. Und das sind die Lösungen. Und jetzt wieder die Frage, aber wie gesagt, vielleicht meine Frage in den Raum, nach wieder dem Advocatus Diaboli, aber jetzt möglichst sozusagen nicht als Hauptargument. Natürlich könnten wir in Inseln versuchen, eine friedliche Lebensweise vorzuleben. Das können wir immer. Aber entscheidend ist jetzt, ob es auch ein Gegenargument gibt dazu, zu meiner These, dass wir die Rüstungskonzerne belohnen sollten, wenn die Zahl der getöteten Menschen im nächsten Jahr, gemessen von irgendwelchen UNO-Instanzen oder was auch immer, um 5% zurückgegangen ist. Und wenn es nicht zurückgegangen ist, dass dann das Geld um 5% reduziert wird für die Rüstungskonzerne. Was spricht da dagegen? Da bräuchten wir jetzt einen Advocatus Diaboli, einen Gegensprecher. Da kann ich gar nichts dagegen sagen, weil ich stimme dem voll zu, was Sie gesagt haben. Das ist erfreulich. Sie haben sich ja auch mittlerweile schon wochenlang darin reingedacht, in unser System. Ja, ich sehe keine andere Chance. Ja, dass wir können nur so vorgehen, dass wir einfach gucken, wir hoffen auf die Verantwortungsreife, wir hoffen auf Verantwortungsbewusstsein. Müssen uns auch immer natürlich wissenschaftlich fragen, ob wir damit die Menschen nicht überfordern, weil die Biologen sagen ja, dass unsere Nächstenliebe auf die nächsten 2, 3, 4 Kommunenkreise um unsere Kommune herum sozusagen beschränkt sein könnte und alles andere sind dann die Fremden und die Vorstellung von umfassendem Verantwortungsbewusstsein erhofft ja, dass es auch dieses weltweite Verantwortungsbewusstsein geben könnte für alle Menschen als Brüder und Schwestern und das kann man ja nur sagen, wäre ja schön, wenn das noch mit dazu kommt, aber wie gesagt, unser Konzept ist, bevor ich 100 Jahre darauf warte, dass alle Menschen verantwortungsbewusst werden, aber faktisch keiner es tut oder nur 5 es tun oder 10 es tun oder 20 es tun und die restlichen 8 Milliarden das Gegenteil tun, dann ist es mir doch lieber, ich mache knallharte positive Anreize, setze ich, mit denen ich genau nur noch die Firmen überleben lasse, die verantwortlich handeln und alle anderen lasse ich pleite gehen. Das ist zwar grausam, aber es ist mir dann lieber, dass die, die Rüstungskonzerne, die bei der Kriegstreiberei hartnäckig bleiben, dass die dann pleite gehen, das ist mir dann eben lieber. Ja, Herr Wagner, bitte möglichst auch ein Gegenargument zu unserer These, Rüstungskonzerne umwandeln durch Belohnung für 5% reduzierte Todesfälle in der Welt. Also ich habe nur eine Ergänzung, weil ich stimme ja dem Konzept im Sinne der Doppelschienigkeit auch voll zu. Gemessen an dem, was gerade läuft und gemessen an dem, was realpolitisch umsetzbar erscheint, die Frage ist noch, ob das überhaupt realpolitisch umsetzbar erscheint, aber das sind solche Strategien, wie die Menschen für das Gutes tun oder Verantwortung zu kaufen, statt dass sie für das Gegenteil gekauft werden. Auf jeden Fall ein relativer Fortschritt, also diese Doppelschienigkeit. Ich wollte nur noch ergänzen eben zur Erklärung, dass die andere Schiene, wo Herr Ganser und ich tatsächlich theoretisch in vielem übereinstimmen, dass die praktisch funktionsfähig sein könnte, wenn es ganzheitlich wird, da wollte ich eben ergänzen, dass das Problem von Herrn Ganser ist, dass er nach meinem Kenntnisstand als Weltkriege, Untergangs, Ausbeutungs und so weiter Prophet durch Bücher und andere Publikationen sich Geld verdient, um im normalen bürgerlichen Leben damit seine Existenz einzurichten. Da trifft natürlich dann das Argument von Ihnen, Herr Dillen, zu, ob er das Interesse hat, wirklich eben die grundlegende Veränderung zu erreichen, die ihm seine bürgerliche Existenz auf Wirtschaftsgrundlage nehmen würde. Natürlich kann das anders aussehen und das ist der Unterschied zwischen mir und Herrn Ganser. Ich verdiene gar nichts und ich gehe hin und weniger so die Kritik an dem, was alles verkehrt ist in der Welt, als vielmehr die Beschreibung und wenn man so will, auch Schulung in diesen Fähigkeiten, die es braucht für die Liebes- und Verantwortungskommune, das praktiziere ich als Geschenk eben auch und da habe ich, da ist kein Ablenkungs- oder Gegenteilsmotiv mit drin. Je mehr die Welt sich ändern würde in dieser Richtung, desto mehr würde ich darin aufblühen mit dieser existenziellen oder wirtschaftlichen Lebensgrundlage und meinen Bildungs- oder Schulungsaktivitäten. Ja, das ist ja genau, das ist ja das Gute, wenn man wirklich ausgestiegen ist, ist man eben nicht mehr gefährdet, so sehr dieser Fassadenmensch zu sein, der einerseits nur in der Illusion lebt, er würde Gutes tun und faktisch aber einfach in seinen eigenen Geldbeutel hinein arbeitet, also sozusagen und das ist ja das Gute daran, wenn man so ausgestiegen ist und dem enthoben ist, ja, schon wenn man nur als Professor an der Uni arbeitet, ist man ja schon wieder unter dem Zwang, dass man sozusagen Dinge für Wahrheit erklären muss, aufgrund derer man dann seine Professur erhält, auch wenn es gar nicht die Wahrheit ist, ja, und dadurch dann sozusagen Vorteilbringende, zum Beispiel auch in der Ernährungswissenschaft, da gibt es ja Professoren, die quasi krankmachende Ernährung regelrecht lehren als angeblich gesunde Ernährung, weil nämlich die Nahrungskonzerne, die da die Universität sponsern und unterstützen und so weiter, natürlich ganz böse reagieren würden, wenn er das nicht täte und und insofern ist es dann wahrscheinlich so, dass nur noch die, nur die Professoren in den Ernährungswissenschaften Karriere machen, die von vornherein wirklich glauben, so wie ein Zahnarzt, hat mir das wirklich mal mitten in einer Talkshow, mitten ins Gesicht gesagt, ja, Zucker ist ein hochwertiges Lebensmittel und die Leute müssen viel Zucker essen, das ist ganz gesund und ganz richtig so, ach so, da gibt es auch dann Karies und ich verdiene daran, dass ich dann die ganzen Zähne bohren muss, ach ja, nee, das ist kein Problem, da sehe ich kein Problem, verstehen Sie? Und da insofern ist die Position vom Herrn Wagner schon viel positiver, er kann in gewisser Weise nicht so leicht korrumpiert werden, weil er einfach nicht in einem Ich muss, wie Herr Ganser, der steckt in dem drin, ich muss meine Familie ernähren, der hat eine Familie zu ernähren und deswegen muss es den Krieg weiterhin geben, deswegen darf mich auch ein Konzept, das den Krieg abschafft, vielleicht gar nicht so sehr interessieren, auch wenn ich dann den ganzen Tag davon rede, dass mich das angeblich interessiert, aber letztendlich will ich doch nicht meine Existenzgrundlage verlieren und meine einzige Verdienstgrundlage, weswegen ich zu Vorträgen geladen werde, ist, dass ständig Kriege stattfinden und wenn jetzt die Next Scientists for Future und der Weltrat jetzt den Krieg abschaffen wollen und Pazifismus, weltweiten Pazifismus erzeugen, was mache ich dann als Herr Ganser, womit verdiene ich mein Geld noch, wo ist mein Markt, meine Marktlücke dann noch, so muss er ja denken, weil er will ja unbedingt seine Familie ernähren und diesen Zwang hat jetzt Herr Wagner wiederum nicht, insofern ist er da freier, wirklich sozusagen nicht auf seine eigenen vorteilbringenden Irrtümer hineinfallen zu müssen, sondern der Herr Ganser ist eher gefährdet, auf seine vorteilbringenden Irrtümer hereinzufallen. Ja, Frau Mesli. Ich habe ja auch schon Familie, auch Frau und Kind da im Naturschutzgebiet, so auf diese ganz andere Art ernährt. Es ist also wirklich eigentlich die Illusion, an der man hängt, dass nur durch dieses System, die Versorgungsmöglichkeit da ist. Also sagen, das können wir doch festhalten. Wir alle hätten, ich glaube auch Frau Mesli, sogar obwohl sie ja auch ans realpolitische sehr gebunden ist, aber ich glaube, sie hätten nichts dagegen, wenn die ganze Gesellschaft in lauter Schloss Blumentals sich verwandeln würde, wo die Leute ganz glücklich und zufrieden leben und dann es gar keinen anderen Staat mehr gäbe. Aber gucken Sie, ich gucke halt die Realität an und ich stelle fest, Raschnish Puram in Oregon ist gescheitert. Puna in Indien ist ein reines Geschäftsmodell. Wir haben hier in Köln, was weiß ich, das ist was da Oshos Place ist, das sind auch nur kommerzielle Geschäftsmodelle, wo es darum geht, möglichst viel Geld aus irgendwelchen Kursteilnehmern herauszuholen und Zeck und Tamera stehen ja unter demselben Verdacht sozusagen. Erfolgreiche Geschäftsmodelle mit suchenden Menschen, die möglichst nie finden sollen, sonst kaufen sie ja keine Kurse mehr, überspitzt gesagt. Aber gucken wir uns doch die Realität an. Wir sehen doch, wie unendlich schwierig es ist, Herr Wagner, Sie selbst sehen es ja auch jeden Tag. Wie sind in Berlin, in Berlin, wie viele Projekte haben sich da jetzt gebildet mit 200 Leuten pro Projekt? Oder Herr Eckenberger, wie schwierig ist es, aus einem Projekt bei Ihnen jetzt mal ein 100-Personen-Projekt zu machen, wo alle, wo ein glückselige Atmosphäre mit vielleicht einer liebevollen Grundstimmung zwischen allen Menschen existiert und so weiter. Und ja, deswegen, also wenn Sie das, ja, wenn wir das schaffen würden, wenn wir das schaffen würden und damit den Staat überflüssig machen würden, weil alles wären, und Frau Messi, was Sie so toll ja auch an Schloss Blumenthal fanden, nämlich schöne Räumlichkeiten mit Kommune-Projekt und mit gemeinwohlorientierter Versuchen von Wirtschaftsordnung und so weiter. Und wenn wir das alles hinkriegen würden, dann bräuchten wir uns ja über das staatliche Reformieren gar keine Gedanken mehr zu machen. Nur die Befürchtung ist, die Masse aller 83 Millionen Deutschen hängt in diesem Staatsmodell und ist gerade mal so eben offen vielleicht für ein paar neue Reformen, aber eben würde den Kopf nur schütteln, wenn wir jetzt sagen würden, probieren Sie es doch mal in einer Insel, nämlich Schloss Blumenthal oder auch in einer Kommune und so weiter. Ja, also probieren. Da ist halt einfach der Punkt. Und wie gesagt, ich selbst würde vielleicht sogar noch mal reisen, wenn ich jetzt sagen würde, wenn der Herr Eckenberger sagen würde, wir sind jetzt 100 Leute und bei uns ist eine ganz tolle Stimmung entstanden und in den Zoom-Konferenzen. Am Mittwoch ist ja, glaube ich, die nächste Zoom-Konferenz, Herr Eckenberger. Sie schicken ja dann den Link. Und ich sehe doch nur einfach, wie schwierig das ist. Und ich denke daran, dass ich selbst, ich habe glaube ich eine halbe Million Euro ausgegeben für meine Kommunenprojekte oder die Kommunenprojekte, an denen ich beteiligt war. Und sie sind alle, waren eine Zeit lang sogar recht gut, sind dann aber immer wieder gescheitert daran, weil es halt einfach verdammt schwierig ist, in einem erzkapitalistischen Gesamtsystem plötzlich eine Gegenwelt aufzubauen, in der alles eigentlich das Gegenteil ist von dem, was der Kapitalismus den Menschen ja eingetrichtert hat. An Manipulationen. Frau Mesli, nächster Fragenbereich. Also einfach so, was Ihnen spontan kommt. Sie sind ja unser Bezug zur Realpolitik heute. Das Mikro. Also ich habe eine Artedokumentation gesehen, vor vielleicht drei Wochen oder so. Das nannte sich Forschung, Fake und faule Tricks. Und dann gab es noch eine zweite, die hieß Diabetes, eine lukrative Volkskrankheit. Frau Mesli, nur ganz kurz der Hinweis, wenn Sie, ich muss gerade neu einwählen, Sekunde, eine Sekunde. Ich muss die Telefonkonferenz neu einwählen. Ja, ich bin wieder eingewählt. Aber Frau Mesli, wenn Sie zum Beispiel unsere Empfehlungen regelmäßig verfolgt hätten, unsere ständig unsere Next Scientists for Future Sendungen verfolgt hätten, dann hätten Sie eine dringende Empfehlung von uns gehört, nämlich genau diese Art der Sendung zu schauen. Forschung, Fakes und falsche Tricks. Denn die stellt ja dar, wie quasi Wissenschaft mittlerweile durch den Konzerneinfluss zur Unwahrheitsgeneration geworden ist. Also Wissenschaft als irreführende Wissenschaft, die Wahrheit, wie heißt die Wissenschaft? Aknotologie. Also wie Wissenschaft dazu wird, Wissen zu verhindern, sodass die Wähler möglichst kein Wissen darüber gewinnen können, dürfen, wie gefährlich Tabak ist, wie gefährlich Alkohol ist, wie gefährlich Zucker ist und so weiter. Und diese Sendung hätte ich Ihnen empfohlen. Die ist also in den auch befreundeten Kanälen, die wir empfehlen als den besten Sender im Internet. Da ist das alles in den Playlists drin. Diese Sendung natürlich ganz besonders. Also insofern haben Sie da die richtige Sendung geschaut. Ja, denn das ist genau das, worauf wir uns beziehen. Ja, genau. Also das hat mich wirklich schockiert, zu was die Wissenschaft mittlerweile mutiert ist. Aber der zweite erwähnte Film war eben Diabetes, eine lukrative Volkskrankheit. Mein Bruder selbst, der leidet schon, obwohl er erst 60 Jahre alt ist, an Diabetes Typ 2. Er muss kein Insulin nehmen oder spritzen, er ist noch auf dem Metformin. Aber er hat schon mal versucht durch Ernährung, ist er wirklich ganz gut vorwärtsgekommen, hat auch stark abgenommen. Aber mittlerweile sagt er, nimmt er ganz normalen Metformin ein. Verstehe ich nicht. Der war jetzt kürzlich bei mir zu Gast und hat morgens zum Frühstück sozusagen und hatte sich eine Butterbreze mitgebracht. Ich habe ja nichts gesagt zu ihm, aber eigentlich als Diabetes Typ 2 Britsch dürfte keine Breze essen. Also das ist einmal klar. Und in dieser angesprochenen Sendung wird also hauptsächlich mit der Insulinspritze argumentiert, dass da eben kein Diabetiker bekommt einen Tipp, wie er sich anders ernähren könnte oder sollte, damit er kein Insulin spritzen muss. Weil eben an dem Insulin die Pharmaindustrie so unglaublich gut verdient. Und das ist ein Skandal. Ja, Frau Mesli, genau solche Sendungen schauen wir beim Weltrat schon seit über 40 Jahren. Ja, denn die gibt es schon seit über 40 Jahren und die sind immer gleich. Und die Grundstruktur ist immer die gleiche. Ein Mensch, der davon lebt, dass es möglichst viele Diabetes-Patienten gibt. Wir haben sogar bei uns einen Professor, der ist Professor für Diabetologie und er befürwortet genau deswegen unsere Gesundheitsreform, weil er sagt, das geht doch nicht an, dass wir die Leute falsch beraten und die Ernährungsberatung unterlassen müssen, weil wir nur überleben können, wenn wir den Leuten lebenslang Insulin spritzen lassen. Ja? Und das ist doch ein Skandal. Und deswegen ist er bei uns Mitglied, weil er will, dass das geändert wird, weil er mittlerweile Rentner ist und nicht mehr davon verdienen muss. Ja? Und dann die Wahrheit sagen kann. Ja? Und das ist genau der Punkt, Frau Mesli. Aber wie gesagt, deswegen gibt es ja unsere Reformen, dass wir sagen, wir müssen an die Ursache ran. Der Arzt muss belohnt werden für die Gesundheitsförderung. Ihr, es war ihr Bruder, gell? Ihr, ihr, das ist eben, er ist so lange belogen worden, dass er gar kein Problem darin sieht, Medikamente einzunehmen. Ich hätte, ich bin ja aufgeklärt, ich hätte riesen Panik. Was mache ich denn damit, indem ich, wenn ich die Butterbrezel esse, ich habe letztens wieder aus Versehen ein bisschen Getreide gegessen. Also ich kriege bei Getreide, ich kriege rheumatische Erscheinungen, ich kriege, ich kriege Sodbrennen. Sodbrennen ist übrigens auch ein typisches Brotfolgeprodukt, ja? Und ich kann doch nicht hingehen, dass ich Sachen zu mir esse, die giftig auf meinen Körper wirken und dann nehme ich noch ein neues Gift ein, dass diese Reaktion meines Körpers wiederum abmildert oder das Symptom unterdrückt oder reduziert. Das einem aufgeklärten Menschen würde so was widerstreben. Aber ihr Bruder wurde so jahrzehntelang von allen Ärzten so in die Irre geführt und mit so mit Vorteil bringenden Irrtümern geimpft, dass er gar nichts, kein Problem empfindet, weiterhin giftige Nahrung zu essen und dann ein Gegengift zu nehmen. Dass er da gar kein Problem drin erkannt. Und dann muss man dazu sagen, wahrscheinlich ist ihr Bruder eben genauso wie ich esssüchtig, ja? Denn was bleibt ihnen, wenn sie alles durchschauen und sie leben dann aber in diesem liebesarmen, unglücklichen Kapitalismus und sie erleben dann ihren Endorphinmangel, ihren Glückshormonmangel. Was bleibt ihnen, wenn sie nicht rauchen, kein Alkohol trinken, nicht reisesüchtig sind, nicht konsumsüchtig, nicht shoppingsüchtig, nicht kaufsüchtig sind, gar nichts, nicht autosüchtig sind? Was bleibt ihnen? Die einzige Sucht, die immer bleibt, ist die Esssucht. Nämlich zu viel von den gesunden Sachen zu essen, was ich vorhin mit der Bio-Essucht gemeint habe. Gesunde Sachen essen, aber davon dann wieder zu viel. Und das hatte mir ja dieses Vorhofflimmern gebracht, ja? Als Symptom. Weswegen ich dann ja froh war, dass ich dann diese 18 Kilo abgenommen habe. Im Moment kämpfe ich wieder mit. Ich habe wieder drei Kilo zugenommen. Ich muss jetzt wieder runter. Ich mache das so in 300 Gramm-Schritten. Jetzt gehe ich wieder runter. Aber verstehen Sie, Ihr Bruder, müssen Sie ihn... Jeder Mensch bei uns ist süchtig. Jeder Mensch ist suchtkrank in Deutschland. Es geht gar nicht anders. Die Frage ist nur, welche Sucht? Zigaretten oder Alkohol oder eine Mischsucht oder mal nach Mallorca fahren? Oder, ja? Wir haben ja alle, die einen streuen ihre Süchte und die anderen konzentrieren ihre Süchte, ja? Und bei mir ist halt alles auf die Esssucht konzentriert, weil ich alles andere weg habe, ja? Und nicht habe. Und Ihr Bruder eben, der wird genauso. Der wird an seinem, dem Geschmack, dem süchtigen Geschmack des Butterhörnchens oder der Butterbrezel hängen, weil er ja sonst nichts im Leben hat, weil wir alle nichts im Leben haben, wenig haben. Ja, er hat bestimmt vieles. Aber wahrscheinlich ist es so, dass, wie Gandhi, glaube ich, gesagt habe, ist, um zu leben und lebe nicht, um zu essen. Aber wir alle leben doch also ein bisschen auch, um zu essen. Oder wir leben, um zu rauchen. Wir leben, um Alkohol zu trinken, weil wir eben, unser Dr. Jakob hat das mal ganz klar gesagt. Wir sind doch eine Suchtgesellschaft. Es gibt doch hier eigentlich niemanden, der nicht süchtig nach irgendetwas ist, ja? Weil eben, jetzt kommen wir wieder zum Herrn Wagner, weil der Mensch möglicherweise genetisch seine Endorphine, seine natürlichen Glückshormone nur in einer funktionierenden Gemeinschaft abrufen kann. Das ist so ähnlich wie die Katze, ja? Das nochmal als Beispiel. Die Katze, da geht auch, da können Sie das Futter hinstellen mit der Dose, ja? Und die wird Ihnen trotzdem Mäuse jagen draußen. Warum? Weil das für sie eine Glücksquelle ist. Die ist drauf programmiert, dass sie nur dann richtig glücklich ist, wenn sie auch mit dem vollen Bauch noch Mäuse jagen geht. Und deswegen macht sie das. Und genauso ist das mit Menschen. Wenn der Mensch genetisch darauf geeicht sein sollte, und davon bin ich zutiefst überzeugt, dass er seine eigentlichen, die maximale Endorphienmenge nur auslösen kann in einer Gemeinschaft, in einer, nennen Sie es wie Sie wollen, nennen Sie es Kommune oder Mehrgenerationen Wohngemeinschaft oder was auch immer oder nennen Sie es Bonovoschenker Kommune oder was auch immer. Dann ist es so, dass alles, was dann nicht diese Lebensform ist, automatisch weniger Endorphine zur Folge hat. Und damit dann Suchtverhalten entsteht, nämlich der Versuch, über zu viel zu essen oder das ungesunde, super leckere Kunstprodukt zu essen, den Endorphinmangel auszugleichen. Also ich verstehe Ihren Bruder hundertprozentig. Nur eben, er ist damit das Opfer eines schlechten Gesellschaftssystems, das wollen wir ja politisch ändern, und er ist Opfer einer Desinformation der Ärzte, die ihm seine Vorteile, ihre Vorteilbringenden Irrtümer so lange unterrichtet haben, dass er kein Problem darin sieht, sich durch das eine Lebensmittel zu vergiften, durch die eine Nahrungsmittel, es ist ja kein Lebensmittel, es ist ja ein Todesmittel, ja, durch ein Ernährungs-, durch ein Nahrungsmittel, sich auf der einen Seite zu vergiften und dann ein Gegengift zu nehmen und dass er darin gar kein Problem sieht. Ja, das haben die Vorteilbringenden Irrtümer der Ärzte geschafft. Ja. Also insofern dieser Film Arte Diabetes, so was gibt es, solche Filme gibt es seit 40 Jahren und es ist da, die Arte Journalisten leben wieder davon, dass das Problem bestehen bleibt. Wenn ich die jetzt anrufen würde, wenn ich die erreichen könnte, die hätten gar kein Interesse, einen Bericht darüber zu machen, denn die wollen ja in 20 Jahren nochmal ein Problem über das Diabetes-Problem, einen Bericht verkaufen, ja, und die können ja nur dann einen Bericht verkaufen, solange das Diabetes-Problem ungelöst ist. Das ist ja das Verrückte im Kapitalismus, dass jeder daran verdient, dass die Probleme erhalten bleiben. Ja, die Journalisten können ja ihre Berichte an Arte nur deswegen verkaufen, weil das Problem noch da ist. Stellen Sie sich vor, wir lösen das Problem, dann wird ja dieser Journalist diesen Auftrag nicht mehr bekommen. Sein Spezialgebiet, Diabetes-Recherche, ja, dafür kriegt er ja keinen Auftrag mehr, weil das Problem ja gelöst ist. Sehen Sie, die ganze Gesellschaft lebt eigentlich davon, dass dieses schädliche System einfach weiterläuft. Ja, Herr Föllen, jetzt immer haben Sie Gegenargumente oder zeigen immer wieder diese Vorteilbringenden Irrtümer auf, aber wie wollen Sie dann als Next Scientist for Future Ihre Reformen überhaupt an den Mann, an die Frau drängen? Es wirkt alles so aussichtslos. Ja, und das ist ja das... Gegenwegen diesen Vorteilbringenden Irrtümer. Ja, und es gibt ja nur diese Hoffnung, Frau Mesli, dass diese... Ich erinnere mich deswegen immer nur an die simulierte Bundestagswahl. Da war es so quasi, dass die Wähler vor der Situation standen, dass unsere Professoren quasi als Kanzlerberater den großen Parteien zur Verfügung stehen würden. Das war die Situation, die die Studie oder die simulierte Bundestagswahl ja gebracht hat. Und dann wurde gesagt, jetzt stellen Sie sich vor, also jetzt ist einmal die Next Scientist for Future als Kanzlerberater tätig für die CDU oder für die SPD und dann haben die Leute gewählt und dann wurden den Wählern vorgelegt, aha, die Next Scientist for Future diesmal als Kanzlerberater bei den Grünen, wie wählen sie dann? Und dann auf dem nächsten Zettel war die Next Scientist for Future als Kanzlerberater der CDU. Wie wählen sie jetzt? Und dann hat das diese 56 Prozent im Maximum erbracht, zwischen 44 Prozent und 56 Prozent nach 50 Minuten Redezeit. Das heißt, wenn wir einmal es schaffen würden, dass jetzt zum Beispiel Ihre Partei, die Basis, wirklich sagen würde, wir setzen jetzt auf diese kompetenten Reformen und nutzen alle unsere prominenten Persönlichkeiten dazu, dafür Öffentlichkeit zu schaffen. Dann könnte man so eine Situation herstellen, die sowas hat, wie sowas Offizielles hat und dann reagieren die Wähler darauf auch entsprechend positiv. Und Sie haben es ja auch in der, in Ihren Petitionen gesehen, wie die Wähler sofort positiv reagiert haben. Ja? Aber es waren eben nicht 20 Millionen Leute, sondern 200 Leute. Und es waren 60 positive Kommentare und nicht 60 Millionen positive Kommentare. Also das heißt, es gibt es, einerseits gibt es Hoffnung, aber auf der anderen Seite, wenn Sie sich mal Ihre eigene Partei anschauen, die haben ja im Moment offensichtlich keine Tendenz, dass da irgendwas Konstruktives bei rauskommt. Ja? Die sind alle, als ob sie nur ein Ziel hätten, scheitern. So verhält sich das. Ja? Aber so ist es auch. Ja? Also ich denke, dass wir möglicherweise hören wir in zwei Jahren überhaupt nichts mehr von der Basisdemokratischen Partei, nichts mehr von Wir 2020, nichts mehr von Bündnis 21, die Pinken, nichts mehr von der Partei des Fortschritts. Möglicherweise hören wir von niemandem mehr von das. Denn all diese Parteien, haben wir ja vorhin lange drüber gesprochen, haben ja eigentlich gar keine Lücke. Sie haben, solange sie unsere Reformen nicht haben, haben sie dieses besondere Alleinstellungsmerkmal nicht. Und es gibt im Moment keine Lücke mehr. Umweltbewusste wählen die Grünen. Fans des Pseudokommunismus wählen die Linke. Dazwischen gibt es noch irgendwo die SPD und dann gibt es die CDU. Und rechts von der CDU gibt es die AfD, die das gesamte rechte Spektrum abdeckt. Und da ist keine Lücke mehr. Und die einzige Lücke wären jetzt die besonders kompetenten Reformen. Und da die alle, die sich die Mühe nicht machen, sich dafür zu interessieren, sondern alle denken, sie schaffen es alleine. Und das haben hunderte Parteien, haben das schon gedacht. Von denen hört man heute gar nichts mehr. 500 Parteien, die alle nur in der Illusion lebten. Darf ich nur kurz sagen, Ja, also mein Mann hat jetzt mit einem Freund telefoniert, längere Zeit. Und dann hat es, habe ich hinterher gehört, ja, dass der Freund gesagt hat, wen soll man denn überhaupt noch wählen? Ja, ich sage Ihnen, welche Partei ich sofort wählen würde. Die Partei, Frau Mesli, die Sie gründen. Weil Sie haben es drauf, aber Ihnen ist das dann auch zu groß, so was zu machen. Und Herr Eckenberger setzt doch mehr auf die Kommune-Schiene als auf die Partei-Schiene. Also verstehen Sie, wenn jemand wie Sie so eine Partei gründen würde und zum Beispiel, ich warte ja immer noch, dass wir 2020.de aus der, der Herr Wölker, der Herr Dr. Wölker, denn der ist genauso kompetent wie Sie. Ja, und wenn Sie beide zusammen eine neue Partei machen würden, die würden wir natürlich mit allen Kräften unterstützen, weil, ja, es ist ja auch so, vielleicht ist jetzt diese Partei des Fortschritts am Donnerstagabend dann, ich denke, die werden, der Herr Bundesvorsitzende wird kommen, gehe ich mal von aus. Und vielleicht machen wir dann Folgendes, dass wir dann die Werbegelder, die noch übrig sind, da wird nicht mehr so viel übrig sein, dass wir die dann von die Basis Österreich abziehen, es sei denn, die kommen dann jetzt am Donnerstag. Und wir gehen dann die Gelder, haben wir schon drüber gesprochen, auf Nordrhein-Westfalen in Deutschland, ja, und machen dann dort die Partei bekannt. Aber Frau Mesli, Sie sollten dann am Donnerstag diesem Vorsitzenden sagen, dass Sie ihn auch bereit wären zu unterstützen, wenn er wirklich da konstruktiv den Kurs geht, denn Sie können ja nicht mehr tun, als dass Sie bei der Basis sagen, Hier, liebe Parteifreunde, ihr behauptet doch, ihr wolltet Basisdemokratie. Ich gehöre zur Basis, auch wenn ich jetzt noch nicht Festmitglied bin, aber ich sage jetzt, ich möchte gern, dass die Partei darüber konsensiert, sich auch unter anderem, unter vielen anderen, auch den Reformen der Next Scientists for Future zu öffnen. Und dann werden Sie schnell merken, ob das überhaupt Basisdemokratisch ist oder ob das nur Pseudobasisdemokratisch ist. Und dann hat sich die Sache erledigt. Also, ja, jetzt zwischendurch muss ich noch mal fragen, wir haben jetzt manche Dinge besprochen. Gibt es zu dem, was wir bis jetzt besprochen haben, noch irgendwelche Gegenargumente eines Advocatus Diaboli? Immer auch die Gegenargumente. Ja, Herr Eckenberger meldet sich. Schön. Ja, ich wollte noch mal sagen, auch wenn Menschen wie der Herr Ganser oder sonst jemand von gewissen Dingen gerade lebt, heißt das ja nicht, dass er nicht dennoch viel lieber von was anderem leben würde. Und natürlich ist die Gefahr da, dass es so ist, wie Sie beschreiben. Aber ich finde, man sollte es auch nicht anders nennen, eine Gefahr und nicht eine unumstößliche Tatsache. Ja, bei mir ist es halt eine Erfahrung. Ich habe mit Hunderten dieser Leute gesprochen. Ich habe mit Greenpeace gesprochen. Ich habe mit allen NGOs gesprochen. Ich habe ja mit Fridays for Future ständig gesprochen. Ich habe mit Extinction Rebellion vor Ort in Köln gesprochen. Und immer die gleiche Erfahrung. Und die Argumente, das war immer so, als ob die Leute in sich das Programm hätten. Bei Extinction Rebellion war der Eindruck ganz klar, es ging darum, die Sammelbüchse voll zu kriegen. Und das, was man versprochen hatte, nämlich offene Diskussion über neue, auch neue Wege und so weiter, das hatte man im Flyer versprochen. Das war dann ganz schnell weg. Das war einfach sofort weg. Und nur eine nette Dame kam zu mir und sagte, das ist ja hochinteressant. Was könnten uns die Professoren tatsächlich das mit dem Klimaschutz realisieren? Und 900 Milliarden fürs Klima, das klingt ja faszinierend und so weiter. Aber außer dieser Dame hat das niemanden interessiert. Also das heißt, überall war meine praktische Erfahrung, als würden hätten die Leute im Hinterkopf das Konzept, wir dürfen die Probleme nicht lösen, denn die Probleme sind die Grundlage für mein Gehalt als Geschäftsführer. Ja, und das ist also nicht nur eine Gefahr. Es ist auch eine erlebte Erfahrung auch. Denn ich habe mich dann am Anfang, ich war total naiv, auch Herr Wagner, Sie sind gleich dran, gegenüber, ich war bei Fridays for Future total naiv. Ich habe gedacht, die wollten wirklich nichts, da geht es wirklich nur darum, bei Klima voranzukommen. Und die wären jetzt total begeistert, dass da über 20 Professoren bereit sind, ihnen zu helfen und einerseits einen Weltplan fürs Klima und einen 900 Milliarden Euro sieben Jahre Plan fürs Klima angeboten zu haben. Und dann interessiert das die komischerweise überhaupt nicht. Und das ist ganz überraschend. Da kann ich nur sagen, was für ein Argument kann es geben, wenn ich händeringend nach einer Klimalösung suche und über 20 Professoren bieten 900 Milliarden für den Klimaschutz an. Davon würde sich doch eine Organisation, die durch und durch das Gute will, durch nichts davon abbringen lassen, damit mal 30 Stunden Verhandlungen zu führen. Und einfach nur mal Verhandlungen zu führen über diesen Lösungsweg. Herr Wagner erst und dann Herr Eckenberger. Ja, also ich kann das bestätigen und ich würde das als Herausforderung verbinden für den Herrn Eckenberger. Es ist ja gut und schön zu sagen, es könnte vielleicht bei den Leuten anders sein, vielleicht sind die anders motiviert. Aber wir sind ja auf der Suche nach Leuten und wir sind ja auch im Mühen, diese Informationen oder diese Fragestellungen zu verbreiten. Ich lade ein, die Leute direkt zu fragen. Also nehmen Sie doch mal, Herr Eckenberger, Kontakt auf mit dem Herrn Ganser und fragen Sie, wie es aussieht, nicht nur die Krise als Prophet zu vermarkten, sondern hinzugehen und die Alternativkommune dazu ganzheitlich mitzuleben. Ich darf nur kurz einfließen, Herr Wagner, nur ganz kurz einfließen. Eben die Kommune zu leben und dort den Frieden zu leben mit den anderen Menschen oder die Friedensreform der Next Scientists for Future zu unterstützen und bekannt zu machen, die ihm seine Geschäftsgrundlage entziehen könnte. Wäre auch schon was, aber so, wie er das mit der Menschheitsfamilie beschreibt. Also im Grunde genommen ist es dann ja nicht zu viel verlangt zu sagen, bitteschön 22 ist 4. Wenn die Menschen alle Brüder und Schwestern sein sollen, dann bitteschön menschheitsfamiliäre Entscheidungsstrukturen, menschheitsfamiliäre Wirtschaftsformen und so. Und was ist da nach 22 ist 4 Logik jetzt das Ergebnis? Also ich möchte sehen eben, ich mache es ja selber auch, ich habe heute erst wieder die nächste frustrierende Erfahrung gemacht. Na gut, hier weiß ich jetzt, das wird sich da innerhalb der nächsten 2-3 Wochen auf deren Bühne hier bei den Montagsmannwachen, wird es sich mit höchster Wahrscheinlichkeit bringen lassen, dass wir auch diesen systemischen Alternativlebenansatz hier in Berlin anbieten mit dem Zeltcamp. Und nicht nur Demo, Demo, Demo und wieder einen tollen Vortrag gehalten und zu denken, jetzt hätte man 3 Jahre Karibikurlaub verdient. Also ich zitiere ziemlich wörtlich, was die Leute da auch so gesagt haben. Also insofern, klar, wenn er sagen würde, er unterstützt die Reformen, wäre schon ein Zwischenschritt. Wenn er seine menschheitsfamiliären Fantasien in Tat umzusetzen bereit wäre, wäre noch viel besser. Aber wir sollten eben aufpassen, auf der einen Seite den Menschen nicht Unrecht zu tun, auf der anderen Seite die Problemlage nicht zu beschönigen. Also es wäre gut, wenn der Herr Eggenberger da eben auch bereit ist, dann die Erfahrungen zu machen oder den Test durchzuführen. Also ob jetzt mit dem Herrn Ganser oder sonst wo. Und ich sage voraus, also man darf sich die Hoffnung nicht nehmen lassen oder man muss innerlich die Kraft finden, auch unabhängig von Hoffnung oder Nicht-Hoffnung, das Gute und logisch Richtige zu tun. Aber, also ich sage voraus, es wird eine sehr negative Bilanz ergeben, was die Bereitschaft der Leute angeht, sogar wenn sie ihr Geld mit den, nicht nur den Untergangsszenarien, sondern ihr Geld zum Teil sogar mit den positiven Visionen verdienen, diese dann auch nur einigermaßen ernstnehmbar mit in die Tat umzusetzen. Ja, und meine Erfahrung mit Herrn Ganser, mit dem E-Mail-Austausch mit Herrn Ganser war, dass ich da mit einem Geschäftsmann konferiert habe oder mich ausgetauscht habe, der einfach nur sein Geschäft weiter, sein Business weiter betreiben will. Und sein Business bestand daraus, Bücher und Vorträge zu verkaufen, gewinnbringend zu verkaufen, ganz kapitalistisch, erzkapitalistisch als Geschäftsmodell zu verkaufen und dass er dadurch sich nicht stören lassen könnte durch eine Mitgliedschaft im Weltrat, um da mit unseren Friedensreformen sozusagen zu kooperieren. Dafür hatte der keine Zeit. Der musste Geld verdienen und wollte Geld verdienen und hatte keine Zeit für sowas. Und das ist die Realität, Herr Eckenberger. Also nochmal, da schließe ich mich dem Herrn Wagner an. Sie wollten ja noch was dazu sagen. Ja, wir müssen einerseits immer wieder offen sein dafür, dass diese Leute sich durchaus als positiv entpuppen. Wir müssen aber auch die Realität sehen, dass sie eventuell viele dieser Leute einfach nur ein kapitalistisches Geschäftsmodell wie jedes andere praktizieren. Nämlich sich mit Leid und Notsituation lässt sich einfach viel Geld verdienen. Und mit dem Leiden unter dem Krieg lässt sich eben auch Geld verdienen, kapitalistisch. Ja, Herr Eckenberger, Sie sind dran. Also, ich wäre am glücklichsten, wenn ich komplett meine Gedanken teilen könnte. Allerdings habe ich da so ein bisschen die, sehe ich die Möglichkeit, dass es so ein bisschen aggressiv und vielleicht ein bisschen vorwurfsvoll rüberkommt. Deswegen würde ich gerne vorher fragen und abtasten, wie sehr Sie an einfach Kritik und so weiter interessiert sind. Naja, das Entscheidende ist immer Argument. Ja, also welches Argument gibt es für welchen Punkt? Das ist doch das, das ist das Entscheidende. Ja, denn darum geht es ja. Ja, eben, der Herr Wagner sagt gerade, natürlich, es geht ja gerade um das Andersdenken. Das ist ja das Advocatus Diaboli. Ja, also sozusagen, das wäre jetzt der Punkt. Einfach das Argument bringen. Ich darf es nochmal daran erinnern. Unser Mediationsansatz sagt, Beziehe dich auf die Verträge, die vorliegen und sage dann, aha, da und da hat die Person und was diesen Vertrag nicht eingehalten. Ja. Ja, wenn Sie es auf Argumente beziehen oder auf Verträge beziehen, dann können Sie ja alles sagen. Ja, das ist ja klar. Also ich versuche es mal und es würde mir total helfen, wenn dabei nicht Sie, Herr Dillen, jedes Mal bei jeder Möglichkeit, wenn der Sprecher wechselt, noch einfach gemäß Ihrer Stimmung Worte dazwischen packten. Ich kann das gut verstehen. Sie machen das auch super. Aber ja, das macht die Sache schwieriger, sich die Sachen zu merken. Und es ist ja auch außerhalb der Redenreihenfolge. Und jetzt war der erste Punkt vielleicht oder beziehungsweise gehe ich es nicht punktemäßig durch, weil ich das gerade nicht schaffe, konzentrationsmäßig. Aber also ich bin ja auch von Extinction Rebellion, wenn man so will. Und ich bin ja nach wie vor im Austausch. Und bei Extinction Rebellion ist es nicht ganz richtig, wenn gesagt wird, dass da Leute Geld verdienen. Aber natürlich treffen wahrscheinlich dieselben Mechanismen der Selbstmanipulation, wenn man das so sagen kann, treten in Kraft. Und also ich muss Ihnen sagen oder habe ich auch schon gesagt, dass als ich mich mit der Webseite befasst habe, vom Weltrat der Weisen, allein schon der Name, den Namen finde ich super ungünstig. Also einfach nicht ernstzunehmend selbst überschätzend. Man könnte das anders nennen. So geht es mir auch, wenn Sie davon sprechen, dass Nachfolger von Schüler von Osho Sie als den einzig Erleuchteten erwähnt haben. Also es sind einfach ganz viel Stolpersteine in dem Text, auch wenn davon geredet wird, dass sie wissenschaftlich hoch tausend sind. Und das immer so ist, dass bei der Verteilung der Intelligenz in der Bevölkerung, dass Leute, die dumm sind, denken, dass die Leute, die super intelligent sind, einfach nicht recht haben können. Und dann haben wir so Feinheiten, wie Sie sagen, dann und dann kommt der Link mit der E-Mail und dann sage ich ja, aber der kam nicht. Und sie schreiben, aber ich habe die E-Mail nicht genau gelesen, aber ich habe halt die E-Mail genau gelesen und sie haben einfach einen Fehler gemacht. Und dann, anstatt das einfach so stehen zu lassen oder zuzugeben, wird halt lange rumgeschrieben. Dann sehe ich halt nicht, dass da dieser super Detailblick und so Wissenschaftlichkeit in jeder Situation gegeben ist, was dann halt mein Vertrauen auf die Probe stellt. Ich bin ja natürlich nach wie vor hier und habe sie kennen und schätzen gelernt und so, aber das sind halt alles so Stolpersteine, die vielleicht halt auch bei ähnlich aufgeschlossenen Leuten bei XR das schwer machen, in dieses sich einlassen reingehen. Bei einer anderen Kollegin habe ich gehört, dass sie als Feministin Probleme hat damit, dass Richard Dawkins das also irgendwie der Grundeinfluss ist. Das finde ich natürlich schade, wenn Feminismus eine offene Auseinandersetzung mit Fragen aller Art zur Folge hat. Ja, und wenn es jetzt darum geht, dass der Herr Ganser in der Kommune mitleben müsste, das Argument könnte man dann ja auch bei dem Herrn Dillen anbringen und ja, also ich würde einfach, ich gehe natürlich auch davon aus, dass da eine negative Prognose ist, wenn man halt, wenn ich jetzt alle Leute fragen würde und der Anspruch, dass sie dann gleich in der Kommune mitleben, das wäre natürlich super toll, wenn wir das machen würden, aber diesen Anspruch habe ich halt nicht. Aber ich fände halt schon mal super, wenn die einfach sagen, ja okay, ich bin natürlich flexibel und ich würde mich halt total freuen, wenn wir jetzt mehr Frieden in der Welt hätten und wenn ich dann halt einfach anders Geld verdiene oder wenn ich weniger Luxus habe. Aber dass sie deswegen halt gleich hardcore in der Kommune mitleben müssen, ist nicht das Maß, das ich an die Sache lege. Und ich finde auch, also auch wenn jetzt in meiner sogenannten Kommune halt nicht mal ein Mitbewohner auftaucht, weil der Steffen ziemlich auf der Abschlussliste steht, was mein Vertrauen angeht, warum müssen es 100 Mitbewohner sein? Also natürlich entsteht da eine Sogkraft und so und ich finde es toll, dass Puna diese Sogkraft hatte und dass sie der gefolgt sind, aber es können ja auch, sie könnten ja auch jetzt schon kommen und wir könnten gemeinsam irgendwas machen. Und ich habe tatsächlich oft den Gedanken, wenn es jetzt drei Schenkerprojekte gibt, die nicht völlig lächerlich sind oder halt die nicht völlig erfolglos sind, wäre es nicht besser, diese drei Schenkerprojekte würden in ein Schenkerprojekt verschmelzen und hätten dann drei oder sechs Mitbewohner, statt halt jeweils nur einen, der kläglich vor sich hin idealisiert. Naja, ich hoffe, ich habe mich an alles erinnern können, was ich sagen wollte. Ich danke für den Raum und ich möchte betonen, dass ich es konstruktiv meine. Vielen Dank. Ja, ich fange mal mit dem allerletzten Punkt an. Das ist, das habe ich aber schon mal in einer anderen Sendung gesagt, dass ich selber nach vielen teuer finanzierten Kommune Projekten, die also auch wirklich mit regelrecht auch mit durchaus Räumlichkeiten auf allerhöchstem Niveau, also wirklich Neubau und also in tollster Wohnqualität Projekte und so weiter, dass ich eben einfach mittlerweile zweifle daran, ich zweifle daran, ich finde es immer, fände es toll, wenn es erfolgreiche Projekte gibt. Ich selber zweifle aber daran, dass es im Rahmen dieses brutalen Raubtierkapitalismus mit all den vorteilbringenden Irrtümern, die die Leute im Kopf haben als parasitäre Meme, als Killervieren des Geistes, überhaupt möglich ist, gegen den Strom des Kapitalismus wirklich gut funktionierende, glücklichere Gegenmodelle als Inseln zu leben und da ich daran zweifle, bin ich dann nicht in der Kommune. Also das ist sozusagen, das ist halt mein Argument und deswegen ist es ja auch so, wir haben ja heute nur auch das Problem, dass eigentlich die heutige Talkshow natürlich wieder mit dem Hauptschwerpunkt Realpolitik gedacht ist und wir deswegen natürlich nicht als Hauptthema das Thema Kommune, warum trotzdem Kommune, auch wenn es so schwierig ist mit Kommunen im Moment. Also das ist mein Argument. Das heißt, ich habe einfach im Moment, ich setze, ich sehe die Chance, wie Frau Mees die richtig sagt, sehr gering in der Politik, aber ich sehe im Moment die Chance, noch geringer, wirklich erfolgreiche Kommunen hinzubekommen, gegen den Hauptstrom des Kapitalismus, weil der sich als so unendlich stark erwiesen hat. Der hat bis jetzt noch jedes Kommune-Projekt mehr oder weniger unterwandert, Probleme erzeugt und so weiter. Und dann nochmal ganz zu Anfang, zu dem, was Sie erzählt haben von Extinction Rebellions, zum Beispiel auch so eine Aussage, wie dass der Name Weltrat der Weisen unglücklich gewählt sei. Das sind alles Dinge, erstens, wenn ich, das ist unser Konzept der vorteilbringenden Irrtümer, wenn Extinction Rebellion doch wirklich als oberstes Ziel hätte, auf schnellstem Wege das weltweite Klimaproblem zu lösen und besonders auch das deutsche Klimaproblem zu lösen, dann müsste ich, würde ich doch, dann könnte es mir doch, wäre es, da würde ich doch über tausend solche Punkte hinwegsehen, wie das mich stört, dass es Weltrat der Weisen heißt, müsste ich doch über tausend Punkte solcher Art hinwegsehen. Wenn ich nur, wenn ich das Angebot habe, das gäbe einen Weg von 20 Professoren, wie sie uns, wie sie das umsetzen können, dass wir 900 Milliarden fürs Klima in Deutschland innerhalb von sieben Jahren zur Verfügung gestellt kriegen würden, könnten, da würde jeder, jeder Mensch, der nicht durch vorteilbringende Irrtümer gesteuert ist, doch automatisch sagen, egal welche Einwände es gibt, auch wenn die sich nur, nicht Weltrat der Weisen, sondern Weltrat des Universums nennen würden oder was auch immer, darüber muss ich doch hinwegsehen, wenn es mir wirklich an dem Endergebnis liegt. Und dann auf der anderen Seite muss man auch ganz klar sagen, dass wir natürlich in vielen Organisationen wirklich auch bestimmte vorteilbringende Irrtümer, zum Beispiel der Sozialsparten haben, die so etwas wie so eine gewisse Elitenfeindseligkeit beinhalten. Und deswegen, wenn dann einer Weltrat der Weisen heißt, dann ist es ja so, dann bin ich ja nicht mehr der Größte, sondern die Weltrat der Weisen beansprucht ja, der Größte zu sein. Und das hört man vielleicht, manche Leute bei Extinction Rebellion hören das nicht gerne, weil sie lieber in der Illusion leben, sie seien die Größten. Ja, und das ist natürlich, wir sind da natürlich konfrontativ, weil wir sagen, wir deuten, was wir glauben, dass wir nämlich die Weltspitze der Lösungsmodelle für die Politik haben. Jeder kann ja widersprechen und kann ja dagegen argumentieren und kann sagen, unsere Reformen sind schlecht, weil. Ja, kann ja mit der freien Argumentenkultur dagegen argumentieren und kann auch sagen, nein, ich habe bessere Reformen und deswegen sind wir, bin ich jetzt selber und meine Freunde, wir sind jetzt der bessere Weltrat der Weisen und darüber kann man dann sachlich diskutieren. Ja, nur die Tatsache eben, aber auch diese Elitenfeindlichkeit, wenn es doch darum geht, ein großes Ziel zu erreichen, nämlich Klimaschutz in Deutschland, dann müsste ich doch darüber hinwegsehen und sagen, ich gehe trotzdem in die Verhandlungen und was wir erlebt haben ja beim Forum von Extinction Rebellion, war genau das Gegenteil. Nicht, ich gehe in Verhandlungen, sondern ich will eigentlich nur den Weltrat mit seinem Lösungskonzept zerstören. Das war das Einzige, was da kam. Herr Wagner, oder wie sehen Sie das? Ja, kann ich teilen und zwar mit formalen Einwänden, nicht nur, sondern sogar mit atomineren Argumentationen, also dem Versuch, die Personen anzugreifen oder schlecht zu machen und damit der inhaltlichen Diskussion auszuweichen. Also für mich ist das auch skandalös. Man kann, also ich sehe eine ganz grundlegende Schwelle darin, ob man bereit ist, über alles offen dann eben zu sprechen, Argumente zu vergleichen. Man kann ja, ob jetzt gegen das inhaltliche Konzept von Next Scientist for Future, ob gegen die Bezeichnung Weltrat der Weisen, wobei sich dann die Frage schon stellen lässt, darf es denn das gar nicht geben oder ist das überhaupt gar nicht vorstellbar, dass es möglich wäre, dass Menschen auch weise sind oder sich so ein Weltrat bildet, dann ist das wieder die Ideologisierung des Relativismus oder des Subjektivismus. Darf es gar nicht geben, kann es gar nicht geben, brauchen wir gar nicht darüber diskutieren. Ansonsten könnte man sich auf jeden Fall ja darauf einlassen, frei und offen darüber zu reden. Aber etwas mit vorgeschobenen äußerlichen Scheinbegründungen wegschieben zu wollen oder eben mit ins Persönliche gehenden persönlichen Angriffen aushebeln zu wollen oder es insgesamt ausgrenzen zu wollen, gerade um sich nicht argumentativ auf die Sachdiskussion einzulassen, das ist einfach arm. Und da muss man aufpassen, dass man sich da nicht in so eine Schmuseecke dann von Leuten reinziehen lässt, von wegen wir haben jetzt ganz viel Verständnis zueinander und wir sagen uns nicht offen, wo es da eindeutig nicht stimmt. Oder wo man auch eigene Ansprüche, also ich denke ja, wenn jemand den Anspruch gar nicht hat, ist es ja schwer, ihm da was vorzuhalten. Aber bei Extinction Rebellion, das schreit ja zum Himmel, was die für eine offene Diskursanspruchshaltung eigentlich haben. Und Inklusion, und wir können voneinander lernen. Bei uns ist jeder so auch mit seinen abweichenden Meinungen eigentlich willkommen und wir sollten da offen sein, lernbereit sein. Also das schreit dermaßen zum Himmel, wie die Leute da ihre, Relativismus-Auffassungen oder eben anders ideologischen Auffassungen verabsolutieren. Also ich meine, ich bin ja auch nach wie vor bei Extinction Rebellion mit drin. Ich war ja jetzt von Extinction Rebellion global auch zu einem XR Scientist International Vision Day und sowas eingeladen. Aber man muss eben einfach sehen, man darf sich auch nicht anbiedern an Leute, die sagen, oh, was die da sagen, ist ja ganz arrogant oder unmöglich, aber wir sind auch nicht bereit, darüber zu reden, ob es nicht Argumente haben kann. Also da ist schon ein sehr berechtigter Einwand. Hört mal Leute, dann macht mal wenigstens auf, dass ihr eure Kritik offen vortragen könnt und dass man sachlich ein Pro und Contra mit Argumenten über diese Kritik durchführen kann. Und nicht, ob euch die Nase des betreffenden Menschen nicht gefällt oder ob ihr einen Schmutzfleck an seiner Klagung gefunden habt. Also da muss man wirklich mal richtig auch zumindest so klar, wie es geht, die Dinge auf den Tisch bringen. Und ich hätte noch einen Punkt mit den Kommunen. Also ich bin jetzt natürlich radikal. Also Herr Eckenberger, ich glaube, Sie und ich sehen es so, dass eigentlich dieser Verantwortungsanspruch, in Kommune zu leben, also verantwortliche Entscheidungs- und Verteilungsstrukturen, auch real im eigenen Leben auszuexperimentieren, dass das ein realer Anspruch ist. Vor allem, wenn man auch wie Extinction Rebellion sagt, es geht hier um Kampf gegen das Aussterben. Es geht um die Überlebensfrage. Dann kann man so grundlegende Steuerungsbereiche der Lebensgestaltung nicht ausnehmen oder kann sich da nur halbherzig oder wie auch immer drauf einlassen. Also insofern teile ich den Anspruch, dass man allen Leuten sagen kann, okay, kommt hier mit in die Kommune. Und bei jemandem, je nachdem, wie stark jetzt seine eigenen Ansprüche sind, und man muss bei Daniele Ganser nur wirklich lesen, also was das für dicke Vorwürfe sind gegenüber dem jetzigen System und für durchaus wohlklingende Visionen wie Menschheitsfamilie. Also je nachdem, wie hoch jemand da seine Maßstäbe legt, desto berechtigter ist auch das Nachfragen, wie sieht es denn jetzt aus und wie sieht es dann mit der Bereitschaft aus, das praktisch in einem Experiment zu machen. Ich komme als letztes noch zu der Frage, wie das ist mit den mehreren Projektversuchen, ob es nicht besser wäre, die Leute an einem Ort zusammen zu tun, um das auszuprobieren. Da kann ich ja auf eigene Erfahrungen jetzt verweisen. Es gibt, und das finde ich ja einen Reichtum auch, also in Schenkerbewegung die Möglichkeit, dass da sehr unterschiedliche Detailauffassungen sind, die verbunden sind durch diese freie Argumentekultur mit Blick auf globale Verantwortung, auf das Wohl des Ganzen. Und es ist so, Herr Eckenberger, dass Sie selbst ja statt an einem anderen Projekt, wo schon Leute waren, zu verbleiben, und ob jetzt mit den anderen Idealisten dort oder mit den Sozialfällen, was ja auch noch ein Punkt ist, dass man eigentlich auch alle Menschen von der Straße draufnehmen müsste, also mit denen da zu bleiben, um sich da irgendwie zusammenzuraufen oder zu einer Einheit zu reiben, lieber es vorzugen, mit speziellen eigenen Aspekten einen eigenen Anlauf zu machen, einen eigenen Gemeinschaftsversuch, also hier auch stark darauf hinzielen, zum Beispiel Extinction Rebellion Leute dazu zu bekommen. Also ich persönlich würde sagen, allein schon die Gefahr, dass ja auch solche Projektstandorte kaputt gehauen werden können, auch durch den Staat, wenn man jahrelang auf der Straße stand, hatte nichts mehr, auch im Winter, als den Straßengraben, dann weiß man, wie wertvoll auch Projektorte als solche sind, zu denen man Zufrucht nehmen kann, und hat da wieder ein Dach über dem Kopf, oder kann da sein Schlafsack auch bequeme Weise hinlegen, alleine das schon, aber es ist dann auch so, dass es sehr wertvoll ist, wenn man Orte hat, wo man die erst einmal nicht beiseite schiebbare Verschiedenheit der Menschen, die einen sagen, sie sind Vegetarier und können nicht mit den Fleisch essen, die anderen sagen, sie sind für traditionelle Landwirtschaft und können nicht mit Leuten, die als Vegetarier die Tierhaltung ausschließen, und da gibt es ja viele andere Ansätze jetzt, der eine ist für die kasachische Bauerntradition, und der andere ist für die modernen, künstlerisch-butteristische und zum Teil auch psychedelische Kommunikationskultur, also es ist zum Teil wirklich so, dass ich glaube, im Moment ist das ein Reichtum, dass da diese verschiedenen Orte sind, und man kann versuchen, Leute hinzuziehen, man hätte weniger Chancen, ich bringe es auch so auf den Punkt, möglichst viel von dem wenigen Potenzial abzugreifen, dass Menschen mit in Gemeinschaft gehen würden, man hätte weit weniger Möglichkeiten, wenn man dann nur eine Form hätte, wo die Leute dann alle so zur einheitlichen Kulturform kommen müssten, als wenn wir solche verschiedenen Orte mit verschiedenen Andock-Möglichkeiten anbieten würden. Aber man kann natürlich jederzeit das Experiment auch machen, dass man sagt, man ist gegen die Zerstreuung und es mehr dazu führen, mit anderen Leuten sich zusammenzuraufen, ist durchaus im Einzelnen auch Ablegungsfrage. Ja, ich meine, wir stellen halt jetzt fest, Frau Mesli, am besten sagen Sie auch mal was dazu, dass wir natürlich jetzt heute wieder sehr stark über das Kommunenthema reden, wobei ich aber sagen würde, für etwa 80 Millionen von 83 Millionen Menschen in Deutschland ist das überhaupt im jetzigen Zustand, das durchmanipuliert sein des üblichen Bürgers, überhaupt kein Thema. Für den ist es, für die meisten Bürger ist es ja noch nicht mal ein Thema, irgendwas in Deutschland zu reformieren. Das interessiert ja auch schon die meisten schon gar nicht. Aber ein Teil interessiert es eben. Und deswegen ist so die Frage, ich meine, am Donnerstag werden wir halt auch wieder eine reine parteipolitische Sendung machen. Wir müssen das halt ein bisschen getrennt haben, gehalten. Also ich bin immer offen für das Thema Kommune und so weiter. Aber ich glaube, dass es so Leute wie Frau Mesli nicht so unbedingt sind. Oder auch ihr Mann oder auch oder auch die normalen Wähler oder die normalen Parteimitglieder. Das sind ganz normal bürgerliche Menschen, die eine Verbesserung der Politik wollen. Und wenn am Ende dieser Politik dann über irgendwelche Hausarztgesundheitskommunen dann plötzlich wieder Menschen anfangen, in Gemeinschaften zu leben und das sich dann aufbaut, dann machen die Leute sicherlich mit. Aber dafür brauchen die einen langen Entwicklungsprozess, von dem sie jetzt meilenweit interessiert sind und weswegen sie das, was wir gerade hier diskutieren, eigentlich gar nicht interessiert. Ja, sozusagen. Also sagen wir mal so, wir haben schon nur eine kleine Zielgruppe, wenn es um politisches Reformieren geht. Wir haben aber noch eine kleinere Zielgruppe, wenn es dann um jetziges, sofortiges Kommunenleben geht. Ja, und wir reden jetzt eben doch schwerpunktmäßig darüber. Frau Mesli, übrigens noch, Herr Wagner, noch ein Hinweis, das ist vielleicht für Sie nochmal interessant. Da wäre auch im neuen Forum mal etwas für den roten Knopf. Nämlich da kam, glaube ich, auch irgendein Kommentar, der sich auch an dem Wort Weltrat der Weisen oder so ähnlich gestört hat und so weiter. Und dieser Beitrag zum Beispiel arbeitete, ich bin darauf detailliert eingegangen, aber eigentlich ist es so, ich kann ja nicht jedes Mal, wenn jemand eigentlich gar nicht sich informiert über den Weltrat, sondern einfach nur mal ein, zwei Unterstellungen formuliert, mich immer wieder zum Widerspruch provoziert, sozusagen, da kann ich ja nicht jedes Mal hinterherlaufen. Da habe ich schon gedacht, da müsste ich mal Ihren roten Notfallknopf eigentlich benutzen. Aber das ist genau der Punkt, dass auch im Forum müssen wir natürlich aufpassen, dass wir da nicht Leute haben, die einfach so sind, dass sie sagen, ich unterstelle einfach mal irgendwas und dann muss ja der andere antworten. Ich könnte aber auch einfach antworten, nee, auf Unterstellungen antworte ich nicht. Vielleicht sollte ich das demnächst dann auch tun. Oder man geht einmal darauf ein, wenn ich das eben sagen darf, oder man geht einmal darauf ein und setzt zukünftig nur noch den Link des betreffenden Beitrags, wenn Ähnliches kommt. Genau, so habe ich es auch gemacht. Ich habe einmal argumentativ quasi die fehlende Information und die damit verbundenen Unterstellungen einfach genannt und habe mir gedacht, beim nächsten Mal sage ich dann, verweise ich nur noch da drauf. Ja, genau, genau. Dass man ja auch jedes einzelne Posting per Link dann eben angeben kann in Zukunft. Jetzt denke ich nur an unsere Frau Mesli, dass vielleicht haben Sie noch, Sie vielleicht abschließend für heute, für sich noch irgendwas, was für Sie noch mal besonders wichtig ist für heute. Und ich denke, wir sollten dann einfach, weil wir doch immer wieder in das Fahrwasser-Kommunendiskussion kommen, und das können wir nicht machen, wenn zum Beispiel die Partei des Fortschritts am Donnerstag da ist. Wir können nicht immer wieder über Kommune diskutieren. Das ist eine Möglichkeit, die ich sehr toll finde, wenn sich da was entwickelt. Aber ich selbst, wie gesagt, ja, wie gesagt, ich habe sehr viel darin investiert, in Kommune-Projekte. Und ich bin immer offen dafür, darüber nachzudenken. Aber die meisten Bürger sind das nicht. Damit müssen wir einfach klar sehen. Frau Mesli, was geht Ihnen noch so, vielleicht für den Abschlussbereich des heutigen Tages, noch so durch den Kopf? Und wie sehen Sie das Thema Kommune in Bezug auf den normalen Bürger, mit dem Sie mehr Kontakt haben als ich? Ich bin ja auch eher ein alternativer Mensch. Also ich sehe es, wie Sie es gesagt haben. Der normale, ganz durchschnittliche Bürger kann sich Kommunenleben, glaube ich, nicht vorstellen, beziehungsweise hat sich damit nie auseinandergesetzt. Ich würde eigentlich dafür plädieren, dass wir das heutige Gespräch jetzt hier zu Ende bringen. Denn wir sind jetzt schon über zweieinhalb Stunden. und ich finde es einfach zu lang. Wer soll sich das dann anschauen? Der schaut sich niemand an. Das werden sich schon zweihundert, dreihundert Leute anschauen. Aber ich denke auch, dass der Interessentenbereich, weil wir eben große Zeiten über das Thema Kommune auch reden, wird der Interessentenzahlbereich natürlich relativ gering sein. Das ist aber einfach überall so. Aber heute haben wir halt mal wieder so eine Mischform gemacht. Wir haben ein bisschen über politische Reformen gesprochen und wir haben ein bisschen über Kommuneidee und so weiter gesprochen. Und wir haben halt so einen diversen Mix gemacht, weil ich war eh halt ein bisschen überrascht, weil ich habe ja erwartet, dass heute die Basispartei Österreich da ist und dann hätten wir das sehr stringent auf diese Partei konzentriert oder die oder und oder die Bündnis 21 die Pinken da gewesen wären oder jemand von der Partei des Fortschritts als Vertreter da gekommen wäre heute. Und dadurch war ich jetzt überrascht, dass keiner von den dreien gekommen ist. Und das sagt mir aber schon wieder, dass diese drei Parteien vielleicht wirklich schon wieder entschlossen sind zu scheitern. Ja, denn sie wollen das unmöglich versuchen, ohne ein Alleinstellungsmerkmal und ohne eine Besonderheit trotzdem und noch nicht mal mit echter Basisdemokratie trotzdem einfach so. Vielleicht hat die Basis Deutschland ja die Österreicher überredet, dass sie deren Strategie folgen sollen. Und das wird dann bedeuten, dass die Basisdemokratische Partei quasi mit einem Pseudo-Basisdemokratischen Konzept antritt, nämlich mit dem Konzept, die wieder über die Wähler letztendlich wieder zu bevormunden. Ja, nicht die Wähler konsensieren zu lassen, sondern die Parteimitglieder. Und da gibt es ja, ich habe es, ich wiederhole es nochmal, weil es so wichtig ist, Frau Miesli, ja, stellen wir uns nur vor, eine Gruppe an Rechtsextremen gründet eine Partei, nennt sie Basisdemokratische Partei und konsensiert dann das Wahlprogramm selber. Was anderes wird dieses Wahlprogramm sein als ein rechtsradikales Wahlprogramm? Das wird nie was Basisdemokratisches sein, weil die Wähler bei dem ganzen Prozess ja gar nicht gehört werden und vor allem kontrastierende Experten mit ihren Argumenten ja grundsätzlich ausgeschlossen werden von dieser Gruppierung. Und damit ist diese Partei völlig wertlos und ist eigentlich genau das Gegenteil einer Basisdemokratie. und vielleicht haben sich dann die alle dafür entschieden. Und ich denke, man wird weder, ja, nochmal der Herr Wagner kurz, ja. Also ich sehe durchaus diese Problematik, also wir haben heute tatsächlich auch wieder stark das Thema Kommune gehabt. Ich finde es natürlich auch ganz wertvoll, aber ich finde schon, dass diese Strategieüberlegung, wie man bei einem Bereich Parteienentwicklung am ehesten jetzt noch was Effektives zustande bekommen kann, halte ich auch für äußerst wertvoll. Also bei mir, ich hätte schon weiter gemacht, auch im Forum diesen Volksentscheidebereich weiter auszubauen beziehungsweise die Forumstruktur so reinzubringen, dass ich via Dillen da auch in all die internen Bereiche mit eingeschlossen hätte. Bei mir ist es ein reines zeitliches Energieproblem. Wie gesagt, ich bin jetzt auf dieser großen Kommune rundreise und ja, es ist wirklich so, ich gucke schon immer nicht, dass ich dann sechs Stunden versuche zu schlafen. Also ein paar Mal konnte ich hier abends nicht mehr arbeiten, weil ich zu müde war und solche Sachen. Aber ich denke, und das hat mir heute die Erfahrung hier in Berlin wieder gezeigt, dass da eine Gruppe war, die so sehr eine vorgegebene ideologische Engführung hat, wie wir machen hier diese Demonstrationsarbeit und das ist eigentlich das einzig Wahre und wir wollen gar nicht mehr an ganzheitliche Veränderungen denken. Es ist wirklich so, dass man dringend was machen muss, auch im Bereich dieser parteilichen Entwicklungen, dass da diese freie Argumentekultur zur Basis, zur Wurzel werden könnte. Ich weiß auch nicht, also ich würde mir auch wünschen, dass der Herr Eckenberger und die Frau Gela und so, dass die da auch weiter mit überlegen, wie weit das ein sinnvoller Schwerpunkt auch sein könnte, bei dem, was man sonst den ganzen Alltag über so macht und wie man da weiter so vorankommen könnte. Also innerhalb des systemischen Veränderungs- und Reformansatzes halte ich diese Beschäftigung mit einer möglichst kraftvollen Gestaltung von Parteien als freie Argumentekulturparteien für sehr grundlegend. Ja, und das ist es ja auch und ich meine, ich verstehe ja auch, dass es schwierig ist. Ich habe zwar heute gleich zu Beginn davon gesprochen, dass es heute darum ging, eben als Advocatus Diaboli Gegenargumente zu den politischen Reformen zu benennen und so weiter, aber das natürlich dann immer, wenn man so beschäftigt ist mit dem Thema auch der Kommunen-Schiene als zweite Schiene neben der politischen Schiene, also außerparlamentarisch und innerparlamentarisch, also wie war das außerparlamentarische Opposition und parlamentarische dass man da immer wieder darin reinrutscht, natürlich auch, dass das, was einen am meisten beschäftigt, dann doch wieder Platz gewinnt. Ja, Frau Mesli, für heute machen wir jetzt eine Schlussrunde, jeder nochmal, Frau Mesli, haben Sie denn trotzdem interessante Anregungen nochmal bekommen, vielleicht für Donnerstag dann auch nochmal bestimmte Fragen aufzuwerfen, dann, wenn wir dann wieder den Hauptschwerpunkt auf der Parteipolitik haben, ja? Ja, also ich bedanke mich für den heutigen Abend, es war wieder interessant, auch wenn es lang ist und ich hoffe wirklich sehr, dass am Donnerstag auch andere Parteimitglieder erscheinen in dieser Runde und dass wir wirklich wieder mehr zur reinen Politik zurückkommen und wie gesagt, nochmal danke für den heutigen Abend. Ja, am Donnerstag, wie gesagt, machen wir dann wirklich nur Politik, weil sozusagen der Bundesvorsitzende hat heute mit mir nochmal lange telefoniert und der freut sich schon drauf und er hofft, dass er noch einige andere wesentliche Entscheider in seiner Partei noch mit dazu bringt und dass wir dann vielleicht mit der Partei des Fortschritts dann wieder ein konstruktives parteipolitisches Austausch haben und ja Herr Eckenberger, Ihr Schlusswort für heute. Ja, ich danke auch für die Möglichkeit und die ganze Arbeit, die von allen Beteiligten auch hinter den Kulissen geleistet wird. Ich möchte noch sagen, dass ich mich nicht bei Leuten anbiete, die den Namen schlecht finden, Weltrat der Weisen, sondern dass ich den Namen suboptimal finde, obwohl er wahrscheinlich zugrifft, aber er ist einfach ein unnötiger Stolperstein und um mehr Erfolg zu haben, würde ich mir einen anderen Namen wünschen, der die Weisheit andeutet, aber nicht als unumstritten hinstellt und ich möchte auch noch sagen, dass ich mich nicht drum gerissen habe, das Projekt anzunehmen, also das Projekt zu leiten gerade habe, sondern das halt auch im Raum stand einfach, dass es niemand gibt, der das macht und ja, also und also es hatte viele Gründe, ich bin auch nicht so zufrieden, wie das Alternativprojekt geleitet wurde oder wird, bei dem ich hätte bleiben können, also und was ich auch denke, ist, dass vielleicht die Ideen des Weltrats bei Extinction Rebellion hauptsächlich eben bei der falschen Ansprechperson Thomas P. aus Köln beziehungsweise hat er reagiert und dass es halt in der Diskussion mit Öff-Öffs bitte die Bewegung zu verlassen passiert ist, zumindest falls es so ist, vielleicht ist mein Eindruck ja auch falsch, gäbe es vielleicht noch aussichtsreichere Gelegenheiten, die Ideen des Weltrats einfließen zu lassen und dass halt bei den Gelegenheiten das abgeblockt wurde beziehungsweise das ist bei Extinction Rebellion komische Strömung in Führungspositionen gibt, heißt nicht unbedingt, dass es halt bei Durchschnittsrebellen so schlecht bestellt ist, dieses ganze philosophische oder Umsetzen von Idealen, ja, aber ich bin natürlich auch jedes Mal enttäuscht, wenn es schiefläuft. Gut, und ja, toll, dass da so viel geht auch mit Österreich und wahrscheinlich bin ich Donnerstag wieder dabei und bin neugierig. Danke für alles. Ja, also die, ganz kurz nur die Bemerkung, das mit dem Namen war nie was Besonderes, das ist ganz einfach, dass wahrscheinlich die Leute einfach nur gegoogelt haben, aha, man spricht von den Wirtschaftsweisen, sogar Thilo Jung, darf ich dran erinnern, der hatte den Wirtschaftsweisen, im Titel hieß es dann der Wirtschaftsweise Professor Achim Truger im Talk, ja, oder so ähnlich, ja, also Wirtschaftsweise, Rat der Weisen, Weltrat der Weisen, das sind Namen, die schon seit Jahrzehnten in diesem Kontext immer benutzt werden und da hat sich niemand Gedanken gemacht und dann hat man das einfach Rat der Weisen genannt und dann haben die Professoren daraus gemacht, Weltrat der Weisen, weil es ja auch diesen internationalen Anspruch hat und niemand hat sich dabei was gedacht, wie man das nennt, das ist einfach so üblich, wenn man mal googelt nach diesem Thema, das ist die übliche Bezeichnung, die man dafür halt verwendet, ne, und deswegen hat da niemand was darüber nachgedacht und ja, meine persönliche Haltung ist halt, dass ich einfach glaube, dass Fridays for Future und Extinction Rebellion einfach scheiternde Projekte sind, weil die Wirkung, also auf die Realpolitik ist ja aus meiner Sicht null, ja, denn die Realpolitik ist einfach so, dass die Politik so getan hat, liebe Greta, ja, wir tun jetzt ganz besonders viel und so weiter, da wurden lauter Lippenbekenntnisse gemacht, aber passiert ist am Ende, aus meiner Sicht ist gar nichts passiert, ja, man hat seinen ganz normalen Kurs beibehalten und hat nichts geändert an dem bisherigen politischen Kurs und das wollten wir ja ändern und haben da aber bei, weder bei Fridays for Future noch bei Extinction Rebellion Anklang gefunden und ich habe das abgehakt als gescheiterte Projekte. Herr Wagner, Ihre Schlussrunde? Ja, danke schön. Also ich sehe es so, dass in Extinction Rebellion die einfachen Rebellen, also zumindest die, die dann in seinem Kursbereich mit tätig sind, die haben ja die Freiheit auch, ja, sich da zu zeigen, die Freiheit, wo sie mit reinschauen, was sie lesen, wo sie ihre Meinung zu sagen und wie sie diese Meinung dann äußern. Also ich persönlich sehe es so, dass es eben glattes Armutszeugnis ist, dass in dem Thema und das nicht nur wegen Umgang mit den Inhalten von Weltrat der Weisen, sondern auch die Fragen, die ich da aufgestellt habe, ob eine neu hinzukommende Gruppe Verbesserung, also jetzt weniger Gesprächsbereitschaft mit sogenannten Rechten zur allgemeinverbindlichen Schiene machen kann, damit Austauschplattformen monopolisieren dürfte, Leute ausgrenzen wollen dürfte. Also für mich ist es so, dass nicht die Frage, hätte man nicht auch anders oder woanders sagen können, sondern eher umgekehrt die Fragestellung ist, hallo, hallo, wo seid ihr hier? Um mal mit 2 und 2 ist 4 logisch auf eure eigenen Dinge zu achten. Wo ist die Bereitschaft über solche Punkte zumindest dann Konfliktlösungsprozesse durchzuführen oder auch die anderen, die es mitbekommen, einzufordern? Und was soll denn von euch zu erwarten sein, wenn sowas nicht zu erwarten ist? Dann ist das ein Sanatorium von Diskussionsunfähigen, die nicht mal mehr merken, wenn ihr Eingemachtes ihnen verunstaltet wird. Also ich bin da nicht der Ansicht, dass, es ist eine Gewichtungsfrage, eine Verhältnismäßigkeitsfrage, inwiefern man da Probleme sieht, die man auch eigentlich offen beim Namen nennen müsste. Und mir ist ehrlich gesagt, gerade jetzt der Weltrat der Weisen und Next Sciences zur Future, in der Hinsicht echt weise, dass man den Anspruch erhebt mit uns kann man alles offen ansprechen. Und wir laden euch gerade ein, wenn ihr anders denkt. Ihr müsst nicht nach unseren Vorlieben hier argumentieren und sonst seid ihr mit Ausschluss oder Diskriminierung bedroht oder sowas. Das ist eigentlich total arme Umgangs- und Kommunikationskultur und auch völlig in Widerspruch zu den eigenen Ansprüchen von Extinction Rebellion. Ja, das dazu. Ansonsten sehe ich eben tatsächlich das große Problem darin, inwiefern kann man auf allen Ebenen Menschen dazu bringen, dass ehrliche Denken als ihr größtes Glück und ihre größte Chance im Leben auch betrachten. Ich bin ja immer sehr ehrlich. Also natürlich ist, nachdem wir hier angesprochen haben, auch bei Frau Mesli, der Punkt, der wurde ja überhaupt nicht weiter aufgegriffen dann, inwiefern solche Annahmen wie sie können da nicht anders leben als so jetzt, wo man sich noch was kaufen muss oder Kommune wäre nicht möglich. Also wir müssen der Tatsache ins Auge blicken, dass auch wir alle, eben wenn wir da an solche Themen kommen, gerne in unseren vorgefassten Gleisen bleiben wollen, wie wir denken jetzt mal halt nur politisch oder über politische Reformen. Das andere wird auch von uns, nicht nur die normalen Bürger, die da keine Lust zu haben, sich mit zu beschäftigen. Gar keine Ahnung davon haben die wenigsten. Also ich behaupte, dass das bei fast allen Menschen ein durchaus nennenswerter Verdrängungsanteil ist, aber es ist natürlich auch bei uns, dass wir uns dann nicht fragen, in welchen Stellen müsste es denn dann bekommen, sondern womit beschäftigen wir uns jetzt gerne. Und man beschäftigt sich natürlich viel lieber dann mit politischen Reformideen, wo man sein bürgerliches Leben weiterführen kann, ohne es in den Grundstrukturen zu verändern, als dass man diese Veränderung der Grundstrukturen so richtig voll an sich ankommen lassen wollte. Und da kann man die Menschen nur liebevoll zu einladen oder so darauf hinweisen, dass das wirklich Ausblendungsverhaltensweisen sind, auch da, wo etwas wichtig genug sein könnte, um die Augen viel weiter aufzumachen. Aber ich glaube, jeder jetzt, also rede ich jetzt mal hauptsächlich dann eben von Herrn Eckenberger und von mir, also von dem Herrn Dillen als jemand, der sagt eben auch, ich will die andersdenkende Meinung, ich will mich da auseinandersetzen. Aber auch der Herr Eckenberger und ich, wir haben das Bündnis, dass es auf jeden Fall nicht zu frotten ist, offen miteinander zu reden. Also Dinge, die da bei Extinction Rebellion passiert sind, dürften unter Menschen wie uns eben nie vorkommen, sondern da wäre über alles auf jeden Fall offen zu reden, ganz egal, wie abwegig das erscheint oder auch wenn man Konflikt hat oder irgendwas erscheint verletzend, auf jeden Fall ist es ein heiliges Grundgesetz, wir sind denkende und sprechende Tiere und wir denken und sprechen offen über das, was vorkommt dann. Und da dieses Glück drin zu sehen und diese Bereitschaft zu dieser Kultur, also mir ist ehrlich gesagt egal, ob ich da ein, zwei oder drei Menschen im Leben finde, aber ich würde mich nur als verkrüppelter Mensch fühlen, wenn diese Kulturen nicht zur heiligen Basis sozusagen gemacht werden. Und natürlich gehe ich auf alle anderen auch ein, also ich versuche auch dann zusammen, wie möglich, aber jetzt auch bei Extinction Rebellion, ich halte mich total zurück, aber aus meiner Sicht stehen noch wichtigere, grundlegende Fragen als jetzt, wie wurde mit den Inhalten von dem Weltrat der Weisen umgegangen. Die zwei Fragen, die ich gestellt habe, dürfen Leute so auf falsche Weise da ihre eigenen Vorstellungen monopolisieren und da reindrücken und war vorher am Anfang die Bereitschaft, die Grundbereitschaft von Extinction Rebellion auch für Diskurs mit sogenannten Rechten, war die größer und ausgeprägter, war das der Ausgangsmänner? Die Fragen werden schlicht und ergreifend ja gar nicht behandelt und das ist wirklich so, das kann einen eigentlich nicht glücklich machen, wenn man ein offener und ehrlicher Mensch sein will und da schrottet man auch ganze eigene Bewegungen und ihre Ansprüche mit. Also wir können nur hoffen, dass da eben in manchen Köpfen, in möglichst vielen Köpfen was aufbricht, dass möglichst viele Menschen so Bündnisse schließen, die zumindest schon mal das offenes, ehrliches Denken die Grundschiene sein sollen. Man tut, was man kann, aber man ist im grünen Bereich eigentlich nur, wenn sowas mal gilt wie die freie Argumente Kultur. Ja, Frau Mesli, war ein langer Abend, aber ich hoffe, dass es trotzdem inspirierend war und dass Sie trotzdem, auch wenn es sehr viel jetzt rund um das Thema Kommune kreiste, aber dass dieser Gedankenaustausch zum Thema des offenen Denkens oder überhaupt dieses, dass das wirklich das Zentrale ist, ich glaube, denn das werden Sie jetzt auch bei die Basis erleben, dass Sie wahrscheinlich auf eine Wand treffen, dass es da gar kein offenes Denken gibt, sondern dass da irgendwelche Leute, die da sich total auf irgendwas festgelegt haben, von dem sie nicht abrücken wollen, dass es da also heimliche Mächtige gibt, also keinerlei Machtbegrenzung gibt, sondern dass da in Wirklichkeit einige heimliche Mächtige irgendwie alle Fäden ziehen und alle anderen in Wirklichkeit nichts zu sagen haben. Ja, und dass diese Erfahrung mussten Sie ja auch bei Wir 2020 machen, ja, und das ist, das ist wieder, und was soll so eine Partei bringen? Nichts, ne, kann nichts bringen, ja, und deswegen hoffentlich nehmen Sie wenigstens als Anregung mit, auch wenn wir vielleicht zu wenig jetzt heute über konkrete Politik, dafür wird es halt eben am Donnerstag nur um Politik gehen, sozusagen, ausschließlich und überhaupt nicht um Kommune und solche Themen, aber diese Offenheit im Denken ist auch für eine Partei das A und O, ja, denn echte Basisdemokratie setzt immer voraus die Offenheit für alle Reformkonzepte und alle Argumente und sobald ich darin eingreife und das beschränke, habe ich keine Basisdemokratie mehr, weil dann irgendjemand ein Mächtiger wieder politische Reformideen ausgegrenzt hat und genau das gleiche macht die CDU, wenn ich dort anrufe und sage neue Reformen, Herr Laschet hat ein großes Video gepostet, dann habe ich dort angerufen, haben die gesagt, ja, wir sind total interessiert an neuen Reformen und an neuen Ideen, dafür ist ja die Kampagne, ja, aber im Moment ist da gerade niemand, mit dem Sie telefonieren können, niemand hat das für Zeit, niemand, es wurden keine Personen eingerichtet, die diese Anrufe entgegennehmen, nee, haben wir keine Zeit für, tut mir leid, aber wir sind total offen, wir sind total offen für neue Ideen, ja, aber nee, es gibt niemand, mit dem Sie sprechen können, niemand hat Zeit dafür, das ist nichts anderes als Alibi, ja, Herr Laschet hat sich mal so ein bisschen gebärdet als jemand, der interessiert ist an neuen Reformideen für Deutschland, weil er gemerkt hat, dass die Wahlumfragen in Deutschland runtergehen, aber in Wirklichkeit war das ein reines Lippenbekenntnis, dem keine Taten folgen, man will gar nicht hören, neue Ideen, man glaubt nämlich, man hätte die richtigen Ideen, man muss jetzt nur die Wähler wieder umkriegen, rumkriegen, dass sie dann doch wieder wählen, ne, und so, aber ich hoffe, dass Sie aus dem Ganzen, was Sie vielleicht denken, na gut, das war jetzt für mich viel Zeitvergeudung, weil die Kommune kommt für mich nicht in Frage und für meinen Mann schon gar nicht in Frage, so wie Sie ihn mir bis jetzt ja geschildert haben, ist er ganz woanders und ist auf einem ganz anderen Planeten unterwegs, aber dass Sie das als Inspiration nehmen, dass wenn man auch nur ein Reformkonzept, eigentlich sogar ganz, da stellen Sie sich vor, es kommt ein Rechter und sagt, ich habe das Reformkonzept, was weiß ich, dass eine Diktatur besser sein könnte als eine Demokratie, dann müssen wir doch darüber diskutieren können. Ich habe einer Frau über eine Stunde lang zugehört, die mir erzählt hat, dass sie gerne meine Königin werden möchte, dass sie Diktatorin werden möchte und dann habe ich ihr so lange zugehört und habe mit mir argumentiert und am Ende habe ich halt gesagt, leider konnten Sie mich nicht überzeugen. Ich bleibe dabei, ich möchte sie nicht als Königin haben und ich möchte sie nicht als Diktatorin haben und, aber ich habe ihr eine Stunde zugehört und habe eine Stunde mit ihr argumentiert und das müssen wir doch tun. Und vor allem muss eine gute Partei das dann auch in ein Wahlalternativen Programm schreiben, denn wir müssen doch irgendwann auch mal auch die rechten Lösungskonzepte auch müssen doch konsensiert werden können von den Wählern, indem sie sie dann auch endgültig mal abwählen, diese Konzepte. Und diese Offenheit ist vielleicht dann das, was trotzdem in diesem langen Gespräch für sie hoffentlich hängen bleibt, wie unendlich wichtig das ist und auch Extinction Rebellion, es ging ja immer nur um dieses Geschlossensein, Ja, dass da einige Mächtige sagten, mit denen und denen wollen wir nicht reden, wir wollen mit dem Herrn Jürgen Wagner nicht reden, wir wollen mit dem Weltrat der Weisen nicht reden, wir reden mit Gott und der Welt, aber nicht mit denen, die uns 900 Milliarden für den Klimaschutz in Deutschland anbieten und sagen, sie könnten das. Mit denen reden wir nicht. Und das sind so Dinge. Und da merken Sie, der Herr Wagner hat an dem Punkt recht, dass dieses Fehlen der freien Argumentekultur das ist, was alle Parteien kaputt macht und alle Parteien scheitern lässt, die am Ende keine Fraktparteien sind, also keine echtbasisdemokratischen Parteien sind, sondern eben nur pseudobasisdemokratische Parteien sind. Und deswegen werden wir vielleicht nie wieder was von der Basis Österreich hören. Wir werden vielleicht nie wieder was von der Basis Deutschland hören. Die wird mal 0,5 Prozent in Sachsen-Anhalt jetzt kriegen und dann werden die ersten Mitglieder anfangen auszutreten und so weiter. Und bald hören wir dann gar nichts mehr davon. Ja, wahrscheinlich, weil die einfach nicht offen sind, weil die eben dadurch nichts Besonderes haben. Die sind genauso wenig offen wie die CDU, wollen aber gewählt werden. Und dann als Alternative zur CDU verhalten sich aber genauso wie die CDU. Wenn ich dort anrufe, dann hat niemand Zeit. Dann wird gesagt, ja, nee, also, ja, wir haben hier ein Büro, ja, aber nee, aber nee, es gibt keinen Menschen, der Zeit hat, über Reformen zu reden. Nee, da haben wir keine Zeit für. Ja, ja, und so haben sie es ja auch bei wir 2020 erlebt, ne? Frau Mästig, gell? Ja, also, wie gesagt, Donnerstag ist dann der reine Abend der Realpolitik und heute war es halt mal der Abend der Vielfältigkeit und auch mit einem Schwerpunkt nochmal, also über Kommunenthema und freie Argumentenkultur nochmal als Wesenskern einer guten Partei nachzudenken. Also, weswegen wir sagen, FRAG-Parteien, also nur FRAG-Parteien sind gute Parteien, alles andere sind antibasisdemokratische Parteien. Frau Mästig, können Sie mit diesem Schlusswort leben für heute? Alles klar, dann beenden wir diese Aufnahme, ja? Also, tschüssi, bis bald! Tschüss!